Ja, herzlich willkommen hier im Reitersaal der österreichischen Kontrollbank. Ich darf Sie herzlichst begrüßen. Mein Name ist Sabine Gaber, ich bin im Vorstand der österreichischen Entwicklungsbank und wir sind eine hundertprozentige Tochter der Kontrollbank. Was ist unser Mandat? Wir machen Privatsektorentwicklung in Entwicklungs- und Schwellenländern und haben hier einen großen Schwerpunkt in der Klimafinanzierung. Unser Auftrag ist, mandatiert vom Finanzministerium hier, Privatsektorentwicklung über die Grenzen Österreichs, Europas heraus zu machen. Ziel ist die Armutsreduktion über privatwirtschaftliche Projekte, insbesondere im Klimabereich und mit Schwerpunkt in Afrika. Deshalb hat es mich sehr, sehr gefreut, dass der Club of Rome, Austria Chapter, angefragt hat, hier gemeinsam mit der Entwicklungsbank heute hier die Veranstaltung möglich zu machen. Und ich denke heute, das kann nur ein Startpunkt sein für weitere künftige Kooperationen und für den Austausch. Warum ist das so? Als Entwicklungsbank, müssen Sie sich vorstellen, sind wir 2008 gegründet worden während der Finanzkrise. Wir haben da in Entwicklungs- und Schwellenländern Fuß gefasst in einer Zeit und waren sehr erfolgreich aufgrund von sehr intelligenten privatwirtschaftlichen Projekten, die Unternehmen in diesen Ländern nicht möglich ist, weil sie keinen Zugang zu Finanzierungen haben, weil lokale Kapitalmärkte nicht bestehen. Als Entwicklungsbank können wir gemeinsam mit den anderen nationalen Entwicklungsbanken Europas mit multilateralen Banken wie der EBAD und der Europäischen Investitionsbank als Team Europe privatwirtschaftliche Projekte insbesondere im Klimabereich möglich machen, um auch zukünftige Energielösungen im Sinne einer Energiewende über die österreichischen Grenzen hinaus möglich zu machen. Warum ist das wichtig? Wir müssen uns künftig aufgrund des Klimawandels politisch und geopolitisch, aber auch innerösterreichisch und europäisch überlegen, wie wir die verschiedenen Themen der Zukunft lösen wollen. Das können wir nicht alleine machen. Wir müssen industriepolitisch Kooperationen aufbauen. Wir müssen uns überlegen, wo können wir uns wie positionieren und das müssen wir nicht morgen, sondern schon gestern eigentlich machen. Wie können wir als Entwicklungsbank dazu beitragen? Wir finanzieren zum Beispiel Solarprojekte, Windprojekte, erneuerbare Energielösungen weltweit in Nordafrika, in der Mena-Region, aber auch in der östlichen Nachbarschaftsregion und schaffen hier die Basis einer überregionalen Wirtschaftsbeziehung, können auch gemeinsam österreichische Leitbetriebe mit begleiten und hier Finanzierungslösungen anbieten, die sehr wichtig sind, um die Energiewende über die österreichischen Grenzen hinaus möglich zu machen. Wie wir gehört haben, DESERTEC 1.0 war eine sehr gute Überlegung, geostrategisch, geopolitisch verworfen. Mittlerweile gibt es schon weitere Überlegungen, insbesondere auch von The Club of Rome zum Thema DESERTEC 3.0, sehr spannende Lösungen, die heute vielleicht noch als Zukunftstechnologien benannt werden, wie zum Beispiel Wasserstofftechnologie, grüne Wasserstofftechnologie. Wir alle wissen aber schon, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dass alle europäischen Staaten und auch international das Thema schon sehr am Fokus haben, dass es dazu schon sehr viele Machbarkeitsstudien gibt und auch wir wollen uns heute mit diesem spannenden Thema auseinandersetzen, haben im Anschluss hochkarätige Panels mit Experten hier, teilweise im Reitersaal. Kolleginnen schalten sich auch hybrid dazu, vielen Dank dafür und ich freue mich wirklich auf einen anregenden Austausch. Ich denke, wir können alle hier heute tolle neue Gedanken mitnehmen für unser tägliches Doing und ich begrüße herzlichst unseren Präsidenten von The Club of Rome, Austria Chapter, Dr. Hannes Svoboda und erteile ihm das Wort. Herzlichen Dank. Ich darf mich bei Ihnen persönlich und natürlich bei der Kontrollbank sehr herzlich bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, hier in diesem Saal eine Live-Veranstaltung zu machen, live im doppelten Sinn, erstmal, dass wir uns live sehen, aber dass wir es auch übertragen können. Es ist ja in Zeiten, in denen es nicht so ganz selbstverständlich, dass man zusammenkommt und sich auch von Angesicht zu Angesicht sieht und miteinander diskutieren können und dass wir uns das ermöglichen. Herzlichen Dank dafür. Zweitens, ja, Club of Rome. Ich will gar nicht den Berg halten. Wir waren nicht so aktiv, wie wir sein wollten in der letzten Zeit. Natürlich auch Corona-bedingt, es sollte ein bisschen ein neues Lebenszeichen sein. Wir haben uns auch zum Teil personell neu aufgestellt. Wir haben neue Kolleginnen und Kollegen, die mitarbeiten. Und natürlich meine Bitte gleich vom Anfang, wenn Sie in irgendeiner Form mitarbeiten wollen, da geht es nicht um Vereinsmeierei, sondern geht es um Inhalte, da geht es um Aktivitäten, die wir setzen wollen, sind Sie natürlich alle herzlich eingeladen. Wir sind eine kleine Gruppe, Club of Rome, das klingt groß, hat auch natürlich internationale Connections, aber uns geht es, wie gesagt, nicht um irgendwelche vereinsmäßigen Darstellungen, sondern um Inhalte. Und zwar um Inhalte, die genau dem entspricht, was wir hier angeführt haben, nämlich eine Energiewende über Österreichs Grenzen hinaus. Nicht, dass wir geringschätzen, was in Österreich getan werden kann oder was auch in Gemeinden getan werden kann, was Einzelne tun können. Aber es muss uns doch klar sein, angesichts der Größe des Problems oder der Probleme, die mit dem Klimawandel, mit diesen Veränderungen verbunden sind, muss es auch über Österreich hinausgehen. Und wenn Österreich ein Teil dieser Wohlstands, gar nicht eine Hälfte, sondern dieser Wohlstandsminorität, wenn man es bevölkungsmäßig betrachtet ist, dann ist auch eine gewisse Verpflichtung, einerseits mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber nicht nur geht es um eine Verpflichtung, um eine Hilfe an andere, sondern es geht vor allem auch um eigenes Interesse, das wir haben, dass wir gemeinsam hier vorgehen. Und zwar ist es ja natürlich eine sehr vielfältige Aufgabe. Es ist vor kurzem diskutiert worden in Österreich, auf politischer Ebene ist es, soll man sich konzentrieren auf technologische Veränderungen, auf Innovationen oder soll man sich lieber auf Verhaltensänderungen konzentrieren. Und ich glaube, es ist für jeden, der ein bisschen nachdenkt, klar, dass wir beides brauchen. Natürlich brauchen wir neue Technologien, wollen wir Veränderungen haben, aber es braucht eben auch Verhaltensänderungen, Verhaltensänderungen auch in dem Sinn, dass wir doch auch, was den Verkehr zum Beispiel betrifft, aber was auch persönliches Konsumentverhalten betrifft, dass wir doch auf der anderen Seite wieder danach trachten, unser Verhalten zu ändern. Denn wie Herr von Weißzecker immer wieder, auch im letzten Vortrag in Wien darauf hingewiesen hat, wir sind in einer anderen Welt mit viel, viel mehr Menschen, als diese Welt eigentlich geplant ist. Zumindest was die Aktivitäten dieser Menschen betrifft und daher müssen wir weit darüber hinausgehen. Zweitens. Es wird heute gerade auf der europäischen Ebene, aber auch in Österreich natürlich über CO2, CO2-Besteuerung, CO2-Bepreisung gesprochen. Das ist sicherlich wichtig und richtig. Man darf auch nicht vergessen, dass es nicht darum geht, ein Instrument nur zu haben und das ist das Wunderinstrument, das alle Probleme löst. Gerade heute habe ich ja zufällig jetzt am Vormittag in der Zürcher Zeitung von einem bekannten deutschen Ökonomen gelesen, das möchte ich da vielleicht doch kurz zitieren, wenn er gefragt wird in einem Interview zu CO2 und er sagt dazu, der Core, der CO2-Preis ist ein wichtiger Mechanismus, aber man sollte das Instrument nicht überschätzen. Der Markt allein wird es nicht richten. Wir brauchen drei weitere Schwerpunkte. Der Staat muss einen konkreten Plan vorlegen, der klare Ziele vorgibt, Rahmenbedingungen festlegt und Verlässlichkeit schafft. Das nimmt die regulatorische Unsicherheit, die für viele Unternehmen ein Problem ist und private Investitionen bremst. Und gerade hier und heute geht es ja auch um die privaten Investitionen. Zweitens brauchen wir eine stärkere Förderung von Forschung und Entwicklung, etwa über bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Und drittens müssen neue Partnerschaften geschlossen werden. Der Klima-Club, das ist so der Versuch, dass sich Europa, die USA und auch China zusammentun, um gemeinsam die Klimapolitik zu gestalten, geht in diese Richtung. Wir brauchen aber neue Allianzen zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft und ich möchte ergänzen zwischen verschiedenen Kontinenten. Und eine solche neue Allianz, die wir brauchen, die irgendwo in Ansätzen schon vorhanden ist, aber sicherlich viel zu wenig, ist die zwischen Europa und Afrika. Ich weiß, Afrika wird ja gerade in den Medien immer wieder als der schwarze Kontinent, von dem nur Unglück ausgeht und Flüchtlingsströme etc. gesehen. und nicht als ein potenziell ganz, ganz wichtiger Partner für Europa. Nicht nur die Nähe zu Afrika, sondern auch die ganz unterschiedlichen Voraussetzungen, die sich ergänzen. Wenn man denkt, wie viele junge Menschen in Afrika immer wieder neue Arbeits suchen. Wenn man auf der anderen Seite sieht, dass zumindest nach gewissen Prognosen uns Arbeitskräfte ausgehen werden, dann müsste man zu einer vernünftigen Regelung kommen. Wenn man bedenkt, wie viel Europa schon verbraucht hat an CO2-Ausstoß und an Rechten, die dazu nötig waren. Und wie wenig Afrika verbraucht hat, aber wie mehr Afrika leidet darunter. Und wenn man denkt, und da komme ich ja dann zu dem zentralen Thema, das wir haben, wie viel Sonnenenergie in Afrika gewonnen werden könnte und dann auch gemeinsam verwertet werden könnte, dann ist das etwas, was uns eigentlich zu denken geben soll. Nun ist Afrika sicherlich auch ein Kontinent, der mit größeren Unsicherheiten oder zumindest in gewissen Regionen verbunden ist. Das ist richtig. Wenn ich aber sehe, wie viele weltweite Unternehmen in Afrika tätig sind, wenn es um Erdöl geht, wenn es um Kupfer geht, wenn es um Kobalt geht und vieles andere mehr, was wir zum Beispiel gerade auch für die E-Technologien brauchen, dann sagt man auch nicht, da können wir nicht hingehen, da können wir uns nicht das Öl holen, da können wir nicht hingehen und uns Kobalt und andere Edelmetalle und seltene Metalle besorgen, weil das ist zu unsicher. Dann glaube ich, ist es richtig und konsequent zu sagen, dass auch die Frage der Solarenergie, das, was mit Desatec schon einmal angedacht worden ist, dass wir das auch durchaus auch nützen sollten. Leider gibt es Konkurrenten zu Europa, die eher die Kohle verkaufen wollen, auch wenn sie selbst sagen, sie wollen aus der Kohle aussteigen, wenn ich zum Beispiel an China denke, wie viele Kohlekraftwerke immer wieder neu angeboten werden. Und leider gibt es natürlich auch in Afrika Länder und Staatsmänner, manchmal auch Frauen, die kurzfristig denken und lieber in die Kohle investieren, weil sie vielleicht leichter und billiger zu haben sind als in erneuerbarer Energie. Und dennoch, glaube ich, ist es ein großes und ganz wichtiges Unterfangen, Europa und Afrika hier stärker zusammenzubringen. Das wird einerseits ein bisschen der Schwerpunkt jetzt der Einführungsvortrag sein, den wir sehen und hören werden. Und andererseits natürlich auch dann der zweite Teil am Nachmittag. In dem Sinn, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger Beitrag zur Friedenslösung auch in Afrika und zur Bekämpfung der erzwungenen Migration, dass wir helfen, Afrika sich selbst zu entwickeln und vorwärts zu gehen, und zwar in einer Art und Weise, die mit unseren Nachhaltigkeitszielen, zu denen sich die afrikanischen Länder und die europäischen Länder bekennen, vereinbar ist. In dem Sinn, glaube ich, wird es eine spannende Diskussion sein. Wir nehmen gern Ihr Angebot an, dass wir auch weitere Veranstaltungen und weitere Projekte gemeinsam überlegen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass der Club of Rome diese internationale Perspektive hineinbringt, gerade diese Verbindung zwischen Österreich und anderen Regionen, insbesondere auch in Afrika. Und ich glaube, dass das Schwerpunkte sind, die genauer uns passen. Und ich kann jetzt dem Kollegen Losch übergeben, der uns, wie wir alle wissen, sehr gut in Brüssel vertritt, mit seinem ganzen Engagement, der auch eigentlich einer der Spiritus Rector dieser Veranstaltung ist, weil er immer wieder auch auf dieses Thema hingewiesen hat. Und wir alle als Österreicher können sehr froh sein, einen so kompetenten Vertreter bei der Europäischen Union zu haben, bei der Europäischen Kommission zu haben, der sich gerade mit diesen Fragen der Energie schon seit vielen Jahren beschäftigt und jetzt noch eine neue Dimension besonders beachten wird, nämlich diese europäische Dimension. In dem Sinn nochmals Danke fürs Kommen. Ich wünsche Ihnen einen spannenden, uns, wenn wir da, uns einen spannenden Nachmittag. Herzlichen Dank noch an Sie und an die Kontrollbank. Und Herr Losch, Sie haben das Wort. Danke vielmals. Danke vielmals, Herr Präsident Svoboda, unser Präsident des Austrian Chapters des Club of Roams. Wir sind eine von vielen sozusagen Chapters weltweit, die im Club of Rome sozusagen die Idee weiterbringen. Und mich freut es, dass Sie hier jetzt auch diese Einleitungsworte so gesprochen haben. Ich möchte nicht nur Sie als ehemaligen Europaabgeordneten begrüßen, sondern ich sehe auch, dass Herr Rudolf Taschner, Professor Rudolf Taschner, Mathematiker und Nationalratsabgeordneter in Österreich hier heute anwesend ist. Ich sehe auch, dass schon der Vertreter der Europäischen Kommission, Ableitungsseiter Kai Paplis hier anwesend ist, dass die beide Vorstände, auch Herr Wanzata hier der Entwicklungsbank, Frau Graber, also vielen Dank noch einmal für die Gastfreundschaft, dass wir das gemeinsam mit Ihnen hier in der Kontrollbank, und ich glaube, das wird ja auch inhaltlich, glaube ich, ein wichtiges Element sein. Also ich möchte jetzt nicht alle begrüßen, die Podiumsteilnehmer möchte ich jetzt als nächstes vielleicht kurz vorstellen oder vielleicht noch ein paar Gedanken dazu. Wir haben jetzt zwei Teile, wir haben dazwischen auch eine Pause. Der erste Teil wird sich vor allem auch auf Deutsch mit der Rolle der Möglichkeiten österreichischer Firmen, Industrien in der Energiewende und in der Internationalisierung der Energiewende beschäftigen. Sie wissen, wir haben in dieser neuen Regierung, meine Ministerin, Frau Leonore Gewessler, als Klimaschutzministerin, ist hier auch sehr stark an der vordersten Front dabei, den Green Deal europaweit auf der einen Seite zu unterstützen. Österreich möchte den Green Deal der Europäischen Kommission und der Präsidentin von der Leyen positiv unterstützen, ihn umsetzen, aber auch von diesem Green Deal profitieren. Wir glauben, dass es eine Win-Win-Situation ist, wenn Österreich sein Klimaziel nicht nur 2050, wie es europaweit beschlossen ist, die Klimaneutralität, sondern auch schon 2040, wie im österreichischen Regierungsprogramm zwischen ÖVP und den Grünen vereinbart wurde, erreicht. Wenn man das intelligent und geschickt macht, dann sollten sich Möglichkeiten für österreichische Unternehmen ergeben, dass wir Frontrunner sind, dass wir Technologie-Exporteure und Multiplikateure sind. Wir sind ja stolz in Österreich, vor allem auf unsere Technologiefirmen und Anlagenbau- und Maschinenbaufirmen. Und ich glaube, die mit denen müssen wir hier auch einen Rückenwind geben. Ich weiß auch, dass das Außenministerium, Alexander Schallenberg, hier auch sehr dahinter ist. Im Comeback-Plan Österreichs sind hier alle österreichischen Vertretungen, Botschaften, Außenwirtschaftsorganisationen auch aufgefordert, im Rahmen der Refocus-Initiative österreichische Unternehmen zu unterstützen, sozusagen auch hier das Netzwerk der österreichischen Botschaften und Vertretungsbehörden einzusetzen, um österreichische Unternehmen gerade nach der schwierigen Zeit von Corona hier Unterstützung anzugeteilen. Also es ist hier wirklich aus meiner Sicht ein wirkliches Regierungsprojekt, das beide Koalitionsparteien umfasst. Und es freut mich, dass es hier gelingt, gemeinsame Dinge voranzubringen. Zu unserem Panel. Wir werden beginnen mit einer Keynote von Paul van Son. Ich möchte ihn, ich hoffe, er hört schon zu. Er sitzt in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ich glaube, auch aus Klimaschutzgründen ist es angebracht, dass er jetzt nicht einen Flug hierher hin und retour gebucht hat, sondern dass wir ihn virtuell, wie wir wissen, zuschalten. Ich freue mich, dass er sich bereit erklärt hat. Ich habe Herrn Paul van Son schon vor einigen Jahren kennengelernt. Er hat an der TU Delft in Holland studiert, ist sozusagen Niederländer. Und er war in verschiedensten Management-Positionen bei Siemens, bei Tenet, dem Netzbetreiber, KEMA, Ascent Energy, Innoji, das ist eine Gesellschaft zwischen RWE und jetzt bei E.ON. Also er hat einige Stationen im Bereich der Energiewirtschaft leitend innegehabt und seit 2009 ist Paul van Son Geschäftsführer der DESERTEC, der ursprünglichen DESERTEC GmbH, die er zum Ziel gehabt hat, Strom in der Wüste sozusagen zu produzieren und nach Europa sozusagen auch zu exportieren. Er wird uns da sicher einiges erzählen. Für mich ist es sehr spannend, weil er der Mann ist, der Geschäftsführer, der DESERTEC und jetzt DESERTENERGY von Anfang an geleitet und begleitet hat und jetzt noch immer der Präsident ist. Und vielleicht auch noch ein Hinweis, dass DESERTEC ja die Stiftung DESERTEC vor mehr als zwölf Jahren ja auch vom Deutschen Club of Rome gegründet und eines der Gründungsmitglieder war. Also es ist doch eine ureigene Sache auch des Club of Rome, hier an die Entwicklungshilfe mit Energiewende sozusagen gemeinsam zu denken. Ich freue mich dann, ich stelle jetzt vielleicht noch ganz kurz das Podium vor, würde dann übergeben an den Herrn Paul van Son, dass wir seine Zuschaltung hören. Ich freue mich aber, dass wir auch live hier im Saal und ich würde sagen, dass Sie dann nachher auf das Podium kommen, wenn Sie den Eingangsvortrag gehört haben. Freut es mich ganz besonders, dass wir Herrn Professor Reinhold Lang begrüßen dürfen von der JETZ-JKU. Ich werde dann auch einen kurzen Applaus. Herr Professor Lang hat an der Montan-Uni in Leoben studiert, promoviert, aber auch in Pennsylvania sein PhD gemacht. war an der Uni Kassel, Uni Straßburg bei BASF, dann zurück an die Montan-Uni Leoben, Joanneum Research und seit einigen, seit vielen Jahren, ich glaube 2009, an der JKU in Linz, das Institut für Polymeric Materials und Testing. Herr Lang war, glaube ich, auch sehr interessiert jetzt an dieser Energiewende, wie sie im Regierungsprogramm auch definiert wurde in der Koalitionsvereinbarung. Ich weiß, dass Professor Lang hier auch sehr eng mit den österreichischen Industriefirmen, ob es jetzt Verbund, ob es OMV, Borealis ist, zusammenarbeitet, seine Expertise hier einbringt. Und deswegen freut es mich, dass sehr Professor Lang heute mit uns hier mitdiskutieren über die Chancen der österreichischen Industrie bei dieser Energiewende über Österreich hinaus. Ich begrüße dann weiter, es freut mich ganz, ganz besonders, Herrn Klaus Fronius bei uns begrüßen zu dürfen, ein herzliches Willkommen auch. Ich glaube, zu Klaus Fronius muss man, sollte man nicht viel sagen müssen, weil die Firma Fronius, vielleicht haben viele von Ihnen, die Avantgardisten sozusagen, der Photovoltaik sind, haben vielleicht neben den Dach-PV-Anlagen einen Wechselrichter, der Firma Fronius im Keller oder in der Anlage, Wechselrichter, auch Schweißgeräte, das hängt alles zusammen, sozusagen Wechselspannung, Gleichspannung. Aber ich weiß, dass Klaus Fronius das Unternehmen, die Firma Fronius in Oberösterreich, nicht nur 35 Jahre geleitet hat, mittlerweile seit einigen Jahren und nach einigen Innovationsstaatspreisen und wirklich ein Leitbetrieb als Familienbetrieb Österreichs internationalisiert hat und jetzt sozusagen als Non-Executive-Familien-Stiftungs-Ideengeber, glaube ich, noch immer ist für die Energieszene. Ich weiß auch, dass du, Klaus, in Oberösterreich das Velios Energiezentrum sehr stark unterstützt hast, um auch jungen Menschen die Energiewende näher zu bringen, dass du committed bist zur Energiewende in Österreich als Unternehmer, einen Beitrag zu leisten. Also ein österreichisches Familienunternehmen par excellence, das große Erfolgserfolge im Export auch hat. Also Fronius Wechselrichter gibt es weltweit. Also insofern ein Beispiel eines Unternehmens, dass von der Energiewende weltweit profitieren kann. Also insofern sehr spannend, was du sozusagen aus der Front der Unternehmen berichten kannst. Du hast aber auch in letzter Zeit, lieber Klaus, bist Ehrensenator der TU Graz und hast dich, glaube ich, auch sehr stark in der Wissenschaft und in der Forschungsförderung verdient gemacht. Ich möchte dann den Dritten oder den Zweiten, ich bin jetzt in der Reihe gewechselt, weil ich die Anwesenden vorziehen wollte, aber ich freue mich natürlich ganz besonders. Ich hoffe, dass er vielleicht auch schon zuhören kann, der Herr Karl Rose, Professor Karl Rose. Es steht hier im Programm OMV. Herr Karl Rose, ich möchte das gleich berichtigen, ist Aufsichtsrat der OMV. Er ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Estag, des steirischen Energiebetreibers. Herr Karl Rose war langjährig Manager im Öl- und Gasbereich bei den Firmen Shell. Er war auch Direktor des World Energy Councils, also einer wissenschaftlichen Institution, die sich mit Energiewende und Energieentwicklung befasst hat. Er sitzt ebenfalls in Dubai. Also ich begrüße zwei Herren, die hier uns zugeschaltet sind. Oder ist es Abu Dhabi, jedenfalls in den Emiraten. Also wir haben hier zwei Herren aus den Emiraten zugeschaltet. Ebenfalls danke für den Verzicht auf den Flug und das Beitrag zum Klimaschutz. Ich glaube, die Leitung steht. So etwas kann man heute sehr gut machen. Herr Karl Rose ist auch bei der Firma Adnok. Das ist der Syndikatspartner, Co-Eigentümer unserer österreichischen OMV als Strategieberater tätig. Also er schafft auch die Brücke eigentlich zwischen der Politik der OMV und Österreichs und den Emiraten. Also ich glaube, auch ein ganz entspannender Gesprächspartner, der jetzt natürlich mitarbeitet, auch an der Strategie, der neuen Strategie und Neuaufstellung der OMV. Danke, Herr Karl Rose, dass Sie heute hier aus den Emiraten mitarbeiten. Und ich freue mich natürlich auch, dass unsere Gastgeberin Sabine Gaber seit 2009 in der österreichischen Entwicklungsbank und schon sehr viele Projekte in Honduras im Energiebereich mit ihrer Erfahrung hier am Podium auch dabei sein wird. Da geht es dann vor allem natürlich auch um die Umsetzung. Und was kann Österreich, was können die offiziellen Institutionen, insbesondere die Entwicklungsbank, auch tun, um hier an diesem Projekt erfolgreich teilhaben zu können. So, das war jetzt eine Einführung, aber ich glaube, angesichts der hochrangigen Gäste ist das nur adäquat, dass ich Sie hier so vorgestellt habe. Und würde jetzt Herrn Paul van Sonn, er spricht sehr gut Deutsch. Wir haben gedacht, er könnte es auch auf Englisch machen, aber wir haben uns entschieden, das erste Panel auf Deutsch zu machen. Paul, we see you and I would ask you to, Entschuldigung, jetzt auf Deutsch, Herr Paul van Sonn, ich würde Sie jetzt um Ihre Eröffnungs-Keynote bitten. The floor is yours. Ja, vielen Dank. Erstmal auch für die nette, einleitende Worten, auch Gasgeberin, Österreichische Kontrolbank und Entwicklungsbank, überhaupt Club of Rome. Ich bin natürlich extrem froh und glücklich, dass ich mal eingeladen wurde, gerade Club of Rome und Österreich. Die Kombination ist ideal. Ja, in der Einleitung wurde das natürlich erwähnt, Desert Tech, Desert Tech 3.0 oder 3.0. Sie wissen alle, aus den Jahren 2008, 2009, Finanzkrise, Krisenstimmung und so weiter, eine sehr positive, sehr begeisterte Idee, also mal Energie oder Strom auf den Wüsten. Eigentlich von Noord-Afrika nach Europa zu verschiffen. Wir können mal durch einige Overhead-Sheets laufen. Ich möchte dann den nächsten Sheet haben, weil ich das auf Distanz... Sie kennen auch das Bild wahrscheinlich, das ist wohl weltberühmt geworden, von gelben Sahara mit viel Sonneneinstrahlung, grün oder etwas dunkler Europa. Und dann auch die Idee, und das ist eigentlich die Idee von Club of Rome, Desert Tech, auch Wissenschaftlerunterleitung von Gerhard Knies damals, in 2000, eigentlich in den 2000er Jahren und 2009 auch veröffentlicht, die Idee, riesige Anlagen, Solaranlagen in den Wüsten zu errichten. Und dann, und das war eigentlich ein bisschen so, noch sehr eng gefasst, Strom nach Europa zu leiten. Das war die nächste Sheet, nächste Bild. Also wenn man das mal kurz zusammenfasst, war Knies immer gesagt, dass damals als Wissenschaftler, und das kann man danach rechten, dass 8% der Oberfläche der Sahara würde ausreichen, um die ganze Welt von Energie zu verzorgen. Also das hört sich natürlich wie Musik in den Ohren an. Es ist natürlich so einfach alles nicht. Das kann man theoretisch zwar schon feststellen, aber man hat natürlich an erster Stelle zu tun mit der Bevölkerung, mit den Menschen, die sollen davon profitieren, und die sollen die Länder in Noord-Afrika anders machen, und nicht irgendwelche Europäer oder Chinesen oder Amerikaner. In den Jahren 2009 wurde tatsächlich, wie auch Herr Lusch schon erwähnt hat, die DII, die Desert Tech Industrial Initiative, gegründet, zusammen mit der Desert Tech Stiftung. Da waren eigentlich die Club of Rome auch involviert. Und die Desert Tech Industrial Initiative war hauptsächlich eine Gruppe von zwölf großen Unternehmen, das sind hauptsächlich deutsche DAX-Unternehmen. Und die haben gesagt, ja, wir wollen mal schauen, wie können wir große Anlagen in den Wüsten bauen und dann Strom nach Deutschland oder nach Europa leiten. Das war so eine relativ primitive Fragestellung. Und so haben wir angefangen, tatsächlich, man hat dann ein Unternehmen gegründet, ein GmbH, und ich wurde dann auch der erste Geschäftsführer, und das bin ich tatsächlich auch bis heute noch. Und jetzt schauen wir mal durch ein nächstes Bildschiet, wie das eigentlich dann so gelaufen ist. Man könnte sagen, Vorphase waren so Studien und Ideen von Knies und Trek, das waren so Arbeitsgruppen, Trans-Mediterranean Renewable Energy Cooperation Studies. Und eigentlich mal so Überlegungen, auch mit DLR, Deutsche Luft- und Raumfahrtinstitut. Und die haben dann tatsächlich gesagt, ja, das sollte eigentlich möglich sein, dass man Strom aus der Wüste nach Deutschland oder nach Europa bringt. Und wie gesagt, in 2009 haben wir angefangen, und heute nennen wir das eigentlich Desert Deck 1.0, um mal anzugehen, bis das noch sehr primitiv, sehr rudimentär war. Wir haben noch Studien, das Erste, was wir gemacht haben, nicht nur Studien, sondern wir haben mit den Regierungen in Nordafrika und Nahost gesprochen, weil das wurde eigentlich noch nicht echt gemacht, und mit den Menschen vor Ort. Und dann haben wir eigentlich festgestellt, dass es vielleicht alles möglich ist, aber dass man natürlich Dinge erst lokaal aufbauen muss, sodass man sagt, alles akzeptiert und getragen wird. Und wir haben so in Laufe 2015, so nach einigen Jahren, festgestellt, man kann so eine Entwicklung nicht vorantreiben als von Deutschland aus, oder von Österreich, oder Niederlande, oder was auch immer. Weil man muss sich in der Region begeben, man muss dort sein, und mit den lokalen Menschen, mit den lokalen Regierungen, die Pläne aufbauen und sorgen, dass die das als eigenes Kind sehen. Also das ist Nordafrika, Nahost. Das war so in der Zeit 2015, dann sind wir umgezogen, das ist unser Team nach Dubai, und wir hatten auch Zweigstelle in Marokko, Tunesien, und so weiter. Und da haben wir sehr viel Glück gehabt, dass in 2015 auch die Technologie, Solartechnologie und auch Wind, sehr billig wurde mittlerweile, und auch wettbewerbsfähig, ohne Subventionen. Also die, heutzutage PV und Wind, Solartechnologie, oder Windanlagen, brauchen eigentlich keine Subventionen mehr. Also die sind, die sind auch, und wenn noch dazu kommt, zum Beispiel Emissionssteuer, Auflagen zu Emissionen, dann sind die extrem wettbewerbsfähig. Und das sehen wir jetzt in diesen Jahren, wo wir jetzt sind, 2021, dass in diesem Gebiet, Nordafrika nahe aus, das wir MENA nennen, eine extreme Beschleunigung stattfindet, rein aus wirtschaftlichen Gründen. Und das hört sich natürlich auch aus industrieller Sicht, aus Musik in den Ohren, aber wichtig ist, noch wichtiger würde ich sagen, dass auch für die Bevölkerung das positiv ist, dass sie das aufnimmt und auch Arbeitsplätze schaffen und dass die MENA-Region integriert wird, also für sich selbst eine emissionsfreie Energiebesorgung gestaltet und auch ein Powerhouse, also ein Exportgebiet, so wie heute Gas und Öl, dass das in den kommenden Jahrzehnten eine grüne Strom und Wasserstoff oder andere Molekülen würden. Das wäre dann der nächste Sitz. Hier nochmal kurz eine grundlegende Studie die wir verabschiedet haben in 2013. Das war eigentlich die erste, echte tiefgehende Studie über alle Aspekten von MENA als Gebiet, als Wüstengebiet. als Position gegenüber Europa, aber letztendlich auch gegenüber der Welt. Wie sieht das eigentlich aus? Und da haben wir so mit Rechenmodellen und mit auch sozial- bis wirtschaftlichen Faktoren und Elementen gezeigt, dass Zusammenarbeit und Integration von den verschiedenen Energiemärkten extreme Synergien liefern, also extreme Kostenverringerung und auch die Möglichkeit, emissionsfrei zu produzieren. Letztendlich, und das sehen wir auch heute, heute gibt es mittlerweile viele Studien, die zeigen, dass emissionsfreie Energie nicht nur extrem notwendig ist, sondern auch noch wissenschaftlich die beste Option. Jetzt ist es einfach billiger als Kohle, Braunkohle, Kernenergie, Öl und Gas. Ja, das ist natürlich auch wieder traumhaft, und es ist echt so. Nur ist natürlich ein langer Weg, um die von der alten Situation in eine neue Situation zu wechseln. Da habe ich dann das nächste Bild. Also was wir eigentlich sehen, und ich habe das hier mal versucht, mit ein paar Cartoons, ein paar Darstellungen zu zeigen, was die Entwicklung in unserem Denken, sagen wir mal, Desert Tech, D.I.I., wo wir angefangen haben, im Grunde genommen, weil das, sagen wir mal, Europäer, die mit, was wir normalerweise, ich bin auch Europäer, deswegen kann ich das sagen, wir sind ja sehr small-spurig meistens. Wir haben einen Blick auf die Welt und meinen dann, dass die Welt so ist, wie man in Europa denkt. Und so hat eigentlich das Desert Tech angefangen. Das ist auch kein Vorwurf, so fangen die Dinge halt an. Dass man halt ganz primitiv sagt, wir bauen doch einfach Kraftwerke und dann kommt doch das Raum nach Europa. Und wie gesagt, haben wir nach einigen Jahren festgestellt, das müssen wir 180 Grad drehen. Da gab es auch viele Diskussionen, sogar viel Krach und Konflikte und so weiter und so fort. Aber wir haben das durchgesetzt und sind dann in die Region gezogen und mit den Ländern dort versuchen wir, den Markt in Gang zu bringen. Dass da mehr und mehr erneuerbare Energien erzeugt wird und dass letztendlich Öl und Gas einfach verdrängt wird. Dass er fossiel verdrängt. Das ist etwas. Das haben wir einige Jahre sehr, sehr fokussiert gemacht. Und wir sind jetzt, und das ist auch wieder echt die euphorische Stimmung, die wir in den letzten Jahren sehen, dass diese Region, das jetzt aufnimmt, und man sieht, dass das mit sehr großen Projekten auch in Marokko, in den Emiraten, Saudi-Arabien, Ägypten, Oman, Jordanien, da werden sehr große Solar- und Windprojekte aufgezogen und man sieht, dass das sich beschleunigt. Und was wir jetzt machen, ist zusammen mit all dieser, mit der Industrie, mit Regierungen, mit NGOs, dafür zu sorgen, dass diese Region das Selbstvertrauen hat, dass es ein Motor, ein Lieferant für die Welt auch werden kann, so wie das heute ein Lieferant von Öl und Gas ist. Das wird in 10, 20 Jahren wird das Strom, aber mehr noch, Wasserstoff oder Ammonia oder andere Moleküle. Und das nennen wir heute Desertec 3.0. Da habe ich dann das nächste Bild. Hier nochmal, was eigentlich die ganze Sache sehr erleichtert hat, ist, dass die Technologie Solar, aber auch Wind, eine sehr starke Learning Curve, also die Kosten, sehr rapide runtergegangen sind. Das ist, um eine Idee zu geben, als wir angefangen haben, in 2009, war Strom aus Solaranlage, Solarthermie und oder PV, war in der Größenordnung 25 Cent pro Kilowattstunde. Und heutzutage ist PV, liegt in der Größenordnung von 1 Cent pro Kilowattstunde. Also ein 25. Teil von dem Preis vor 12 Jahren. Das ist eine wahnsinnig schnelle Entwicklung und das stellt alles auf den Kopf. Also das ist gar keine Frage mehr. In Saudi-Arabien auch, und die ganze Industrie und Politik hat das schon längst verstanden, dass die Richtung eindeutig in Richtung PV und Wind und Solar, bei Tempnie teilweise auch geht. Also die, das können Sie alles doch nachlesen in Informationen, die wir gerne noch weiter schicken. Können wir jetzt mal auf die nächste Sheet gehen? Nochmal zu diesem Desert Tech 3.0. Wir haben natürlich sehr viele Diskussionen auch mit den verschiedenen Stakeholder in der Region, mit der Industrie geführt und sagen, wie sieht das dann, was sollen wir eigentlich jetzt machen? Das erste Punkt ist, und das ist echt wichtig, das Wichtigste, nicht Deutschland oder Österreich oder Holland oder wie auch immer hier das Leadership führt in Mena, sondern dass die Länder das aufnehmen. Wir sehen das in Marokko, wir sehen das in Saudi-Arabien, Arabien, Emiraten und so weiter. Die nehmen jetzt auch Initiativ. Das ist die Public and Private Sector. Die sind einfach die Treiber momentan. von dieser Energietransition. Das ist eigentlich Desert Tech avant la lettre. Dann ist es wichtig, dass Fossil, was teilweise hier und dort sogar heute noch, man kann es sich gar nicht vorstellen, aber das wird immer noch subventioniert in gewissen Ländern. Das soll natürlich unmittelbar aufhören und auch, aber nicht in einem Sinne, dass die Bevölkerung dann plötzlich darunter leiden muss, sondern es muss eine Transition geben, wobei die Bevölkerung eigentlich keinen Nachteil sieht, sondern einfach erneuerbare Energien bekommt, die übrigens billiger sind insgesamt als Fossil. Auch, das ist eigentlich auch ein sehr wichtiger und starker Punkt, auch erneuerbare Energien brauchen keine Subventionen mehr. Die Welt wird dadurch sehr viel einfacher. Erneuerbare Energien sind, sind, wettbewerbsfähig, Solarwind, wenn es normale, gut funktionierende Märkten gibt, Angebot und Navragen, dann ist die component enorm, das haben wir schon längst verlassen. Die heutige Energiewertschöpfungsketten fangen einfach im Prinzip beim Verbrauch an. Alles was man nicht verbraucht, ist dann gleich, ist dann gleich fertig. Wir brauchen all diese BIM-BIM Klim-BIM nicht. Also Energie, Energy Saving, Flexibilisieren und dann das was man braucht, möglichst lokaal erzeugen. Das gilt auch in Österreich. Also Österreich so produzieren das es kann, natürlich emissionsfrei. Und Deutschland auch in jeder. Und das was man dann noch braucht, das muss man dann woanders herholen. Das ist ja ganz klar. Und das ist dann warum MENA eine Rolle spielen kann. Und da geht das über Elektronen, elektrische Netze, die sind schon verbunden übrigens heute. Aber da sind große Beschränkungen und sehr viel billiger und viel einfacher auszubauen ist Transport via Molekülen wie Wasserstoff, Ammonia, Methan, aber dann auf der Basis von emissionsfrei Methan sozusagen. Und das ist eigentlich was wir jetzt machen. Das ist ein Zusammenspiel von allen Faktoren in der Energie Value Chain. Und hier last but not least, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt und ich kann es nicht oft genug wiederholen. Es geht dann darum, dass maximal die lokal content, also den Nutzen lokal für die Bevölkerung realisiert wird. Das war von Ausbildung, Training, Jobs, International Cooperation und so weiter. Das nächste Schild. Hier nochmal ein bisschen beeldlich dargestellt, wie so eine Energiekette aussieht. In der Laufe der Jahre werden die componenten fossiel werden einfach weniger und weniger werden. Es sei denn, dass man da noch intelligente Lösungen hat, wodurch die nicht Emissionen erzeugen, wie zum Beispiel CCS. Das kann sein. Aber wir konzentrieren uns hauptsächlich auf die echte erneuerbaren Technologien wie PV und Solarthermie und Wind und Wasserkraft und so weiter. Die Konversionskomponenten, die Transportkomponenten, Speicherung und auf der Abnehmerseite auch flexibilisieren. Auch natürlich das Thema energieintensive Industrien soll man nicht lang oder nicht strukturell in Gebieten haben, wo es wenig Energie gibt. Zum Beispiel Deutschland ist ein energiearmes Land und so auch sich mal die Frage stellen, muss alle energieintensive Industrie in Deutschland bleiben? Kann man nicht viel besser die um sie dann in Richtung Quelle? Übrigens, das ist nicht politische Frage, nicht nur in politische Frage, das ist eine reine wirtschaftliche Frage und wir sehen auch, dass das momentan auch passiert. Dann nächste sheet. Das ist für viele Leute immer ein eye-opener, weil in vielen Gesprächen erstmal fragt man mich immer ob den Desert noch lebt, weil wir haben dann irgendwo gelesen dass Desert sei bescheitert oder sowas. Dann sind immer erstaunt dass es uns so lange gibt, aber dass wir in 2014 aus Deutschland geflüchtet sind nach Dubai. Aber was man sich auch nicht realisiert ist, dass in laufe den letzten zehn jahren extrem viele projekte solar wind aber auch jetzt andere projekte jetzt an wasserstoff aber auch netzen und und speicher gebaut sind oder im bau sind oder ernsthaft in planung und wir haben ein database in di wo wir das verfolgen und wir haben vor einiger zeit leider zähler auf 1250 projekte über 5 megawatt aber ich denke mit mit sicherheit ist heute schon mehr als das aber das gibt dann nur mal so einen eindruck dass es so sehr viele projekte gibt sogar in länder wo man es gar nicht erwarten so momentan dann darf ich den nächsten sheet dann ursprünglich haben wir wie gesagt uns sehr stark auch elektrische netze also übertragen von strom konzentriert die entwicklung ist langsam gegangen nicht weil das keine gute idee wäre oder so sondern weil es auch wirtschaftlich noch nicht so großen druck oder notwendigkeit gab schnell netze auszubauen da muss man auch interessante preisunterschiede zwischen märkten haben um die netze zu rechtfertigen das hat also nichts mit politik zu tun oder mit mit schwierigkeiten vom netze oder so das ist rein wirtschaftlich die netzbetreiber die bauen erst netze netzausbau wenn das auch ein wirtschaftliches rational hat aber wir haben trotzdem es gibt verbindungen zwischen zum Beispiel Bulgarien Griechenland und Turkai und dann auch auf der anderen Seite Spanien und Marokko gibt es schon lange da gibt es auch Austausstroom es gibt jetzt projecten projectmöglichkeiten Marokko und Kabel verbinden nach Großbritannien das ist echt 3600 kilometer oder von Emiraten nach Indien um mal Eindruck zu geben dass auch an der Ecke gibt es kleine Ideen auch verschiedene Kabelverbindungen natürlich Italien Tunesien sind ganz berühmte die wird irgendwann auch gebaut wenn auch die wirtschaftliche rationale faktoren so weit sind nächste sheet ja Green Molecule oder Hydrogen das ist wirklich vor zehn Jahren haben wir schon über das Thema Wasserstoff gesprochen aber das war so weit entfernt und so teuer aber die Technologie und auch die Tatsache dass Stromerzeugung so extrem billig geworden ist es kostet eigentlich fast nichts mehr es kommt jetzt auch tatsächlich Wasserstoff sehr stark in Frage und auch in Europa momentan wie Sie auch alle wissen eine große Bälle und auch Regierungen aber Förderprogramme für grüner Wasserstoff und das ist das elegante von Wasserstoff ist dass die Wasserstoff oder Molekülen auf Basis von Wasserstoff nehmen wir mal Ammonia sehr gut speicherbar ist und sehr gut transportierbar und Transport sehr viel billiger als bei Strom also Faktor zehn ist das etwa also das macht es natürlich elektrisier auf der Hand dass man das weiter entwickelt und Wasserstoff ist auch besser noch als Strom möglich damit ist möglich Industrie Sektoren zu verbinden Transport alle möglichen Chemie alle möglichen Häuser Gebäuden und alle möglichen Grundstoffe also das ist eine Entwicklung die sehen wir jetzt ganz schnell kommen wir haben in 2017 mit den ersten Ideen in Mena angefangen und jetzt werden tatsächlich die ersten Anlagen gebaut wie zum Beispiel in Dubai aber auch in Marokko in Oman Saudi-Arabien und Ägypten die sind auch alle dabei sich auf dem Markt zu bewegen Nächste Schiet dann dabei das ist auch ein Punkt wo wir immer mal wieder betonen wenn man über Wasserstof spricht dann wenn man in Österreich oder Deutschland oder Holland sitzt dann ist das was man sich bedenken kann ist das für uns Wasserstof nach Wien transportiert wird für die Wiener Energieversorgung oder so aber das kann vielleicht irgendwann passieren aber das ist natürlich nicht die erste Phase sonst würden wir genau den gleichen Fehler machen wie bei der Strom überlegungen vor zehn Jahren in Desert Tech das eerste was man machen soll und es wird zum Glück auch gemacht ist dass man lokaal fossiel erzetzt von Wasserstof dort woord es auch wirtschaftlich sinn macht also man man baut also hydrogen bellies oder mit zum Beispiel Dünger Industrie Dünger braucht viel soziale Energie und kann mit Wasserstoff versorgt werden das macht man dann vor Ort und transportiert nicht erst Wasserstoff nach Wien oder nach Hamburg oder Rotterdam und dann das von dort aus wieder nach Marokko zu transportieren also das ganz wichtige Punkt lokale Entwicklungen an erster Stelle ist eigentlich hier das Message dann nächster Schicht wir haben aus DII sehr viele Studien und Berichte und Diskussionen auch mit der Politik geführt leider in den letzten Jahren weniger mit Deutschland irgendwie hat Deutschland ein bisschen abgeschaltet von den Entwicklungen einige Zeit aber mehr mit der Europäische Union wir haben letztes Jahr mit Franz Timmermans der Kommissar für der Europäische Kommission also Vice President die Idee ausgearbeitet Europa und Nordafrika zusammenarbeiten zu lassen und allmählich Kapazitäten aufzubauen in Europa aber auch in Nordafrika und dann die Synergien die entstehen zu teilen das ist ein Win-Win das heißt zweimal 2x40 Gigawatt Initiative und wir haben auch mit Friedrich Ebert Stiftung haben wir Studien gemacht um dann die wir die wirtschaftliche Elemente zu untersuchen also was bringt es der Region wenn man diese Entwicklungen einsetzt das sind nur zwei Beispiele wir haben mehrere Beispiele in dem Bereich auch gerade im Bereich Analyse von Kosten also die Kostenmodelle für Strom grüner Strom und grüne Moleküle da werden immer fantasiereiche Erzählungen herumgetrieben auch in der Presse da ist man sehr häufig Behauptungen die nicht stimmen und dann wir analysieren das einfach rein intensiv was 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 findet wirklich statt Wasserstoff ist kein kein rocket science ist kein mystisches geschehen das kann man einfach als Wasser Wasser kann man auch in Ländern wo es wenig Wasser gibt kann man Wasser aufbereiten aus Meeres Wasser das ist eigentlich die Basis man muss immer entsalzen und dann Wasserstoff kann man produzieren und wenn die Energie dafür mit Solar oder mit Wind sehr billig ist dann kann man auch diese grüne Energie auch sehr billig in die Markte anbieten dann der nächste sheet hier mal ein Beispel das ist auch wieder so ein grosse voortuid die wir haben in diese Bewegung Wasserstoff es gibt es gibt natürlich so ein net gasnet infrastruktur viel größere gasnet infrastruktur momentan zwischen Noord-Afrika und Europa als bei Strom es gibt diese gasnet centraal in Algerien aber über Marokko über Tunesien nach Europa und in Nahost gibt es eigentlich das gleiche teilweise und diese Netze und das ist auch wieder so ja Coincidence sehr glücklich können für Wasserstoff umgerüstet werden in Schritte erste Schritte kann es einfach beigemisst werden bis 10 20 Prozent und wenn man dann mehr Wasserstoff zumeist dann muss man die Netze ertüchtigen aber das ist alles möglich und das macht das Ganze sehr viel billiger also für Transport in den kommenden Jahrzehnten gibt es da eigentlich keine prinzipiellen Probleme dann habe ich mal nächste nächste Schritt das ist hier eine ganz interessante Entwicklung ich nehme an dass viele davon gehört haben das sogenannte Neon Neon ist ein Gebiet so groß wie Belgien im Nordwesten von Saudi-Arabien und das wird so ein bisschen so ein eigenständiges Gebiet auch mit eigenen Gesetzen also nicht wie die Gesetze in Saudi-Arabien sondern relativ liberal und das Gebiet so 100% emissionsfrei entwickelt werden und auch mit Robotisierung und Local Jobs alles eigentlich was man gerne sieht und natürlich sehr stark auf der Basis von Solar Sonne und Wind Energie es gibt sehr viel Wind in dieser Ecke und es gibt auch mein ehemaliger Geschäft von RWE Peter Therion das war Vorstandsvorsitzender RWE und Energy ist dort der Leiter für diese Energie und Wasser und Agrikultur und die sind hier ein paar Jahre dabei das zu entwickeln und die haben auch das erste echt große Wasserstoff Projekt jetzt aufgebaut und die auch für die Transportierbarkeit wandern die das erst in Ammoniak um die liefern einfach an die in einigen Jahren werden die riesige Menge grüne Ammoniak in die Welt Märkte bringen das ist hier ein gutes Beispiel wo man da hat man lokaal überhaupt nichts gibt einfach nichts also gibt auch keine substitution vor Ort dann ist es natürlich auch gleichzeitig eine gute rechtfertigung über Export nachzudenken das machen die auch das kann ich wirklich empfehlen nochmal von so beispiele Neon erkenntnis zu nehmen weil das mit Sicherheit in den kommenden Jahren die treibende Kräfte in dieser Region werden der nächste Schied dann und das ist eigentlich auch der Punkt und unsere Herren und Damen die heute die Einführung gemacht haben schon betont dass das erste Teil dieses Tages ist Industrie es geht um österreichische Industrie natürlich weil wir sind ich bin auch virtuell in Wien leider nicht physisch aber für die österreichische Industrie für die deutsche für die internationale Industrie gibt es natürlich sehr viel Arbeit dort in kommenden Jahren da werden sehr viele Anlagen gebaut weil es rein wirtschaftlich klimatechnisch sehr wichtig ist sogar notwendig und und auf die Bevölkerung die Regierungen ohne Ausnahme heute das ist echt das ist seit einigen Jahren so ohne Ausnahme sind alle Regierungen in MENA sind Befürworter von diese erneuerbaren Energien und teilweise jetzt auch Wasserstoff und so und hier sind alle Unternehmen die mitmachen in DIA wir hatten früher mit DAX Unternehmen angefangen und dann gab es alle mögliche Bewegungen und alle mögliche sagen wir mal Wellen aber heute haben wir 50 Unternehmen weltweit auch viele aus der Region wie Neon natürlich aber auch Masdar und Mazen und viele andere aber auch China Chinesis Vereinigte Staaten tatsächlich noch ein paar Deutsche Unternehmen ich sehe leider unsere alten Freunde von ÖMV die waren Partner die sind irgendwann verschwunden ich weiß nicht warum aber die kommen mit Sicherheit wieder zurück das soll unsere Ambition sein Karl wird schon helfen denke ich weil auch Österreich soll natürlich hier auch in dieser Listen vertreten sein finde ich das ist ein wichtiges Land und wichtige Industrie aber alles Spaß beiseite das sind so 50 Unternehmen die zusammen eigentlich den Markt versuchen zu bewegen den Markt aufzubauen für erneuerbare Energie und das ist eigentlich es ist kein Lobby Group es ist kein verband sondern ist ein was wir nennen Industry Initiative als ein Market Enabler das ist eigentlich unsere Rolle wir sorgen einfach dass ein Markt entsteht wo erneuerbare Energien wettbewerbsfähig sind und auch dann weil sie wettbewerbsfähig sind auch weiter wachsen dann nächster sheet natürlich sagen wir nicht nur auf die Industrie wir sind auch sehr stark auf den Public Sector und NGOs und alle mögliche Verbände und so weiter in der Region ist ganz wichtig wir sind momentan und da bin ich auch sehr froh darüber als wir in Deutschland angefangen haben wurden wir begleitet von alle möglichen ungreifbaren Konflikten seit wir nach Dubai umgezogen sind haben wir eigentlich keine Konflikte mehr gehabt mit unseren Partner das läuft einfach fantastisch gut jeder sieht ein dass wir dass Emissionen sollen eliminiert werden wir sollen Emissionen also fossile Emissionen überhaupt nicht mehr zulassen mehr und mehr Übereinstimmung finden wir jeder versteht natürlich dass es nicht in einem Tag dauert ein paar Jahrzehnte aber die Richtung ist und auch Europäische Union und Österreich aber auch in der Region fängt es allmählich an dass man die Richtung geht und ja da arbeiten wir zusammen auch mit Banken auch KfW und Weltbank und Europäische Investitionsbank und irgendwann mit der Österreichische Kontrollbank oder Entwicklungsbank Österreich sind alle willkommene freunde wir machen das zusammen es ist wichtig dass die Entwicklung die Energiewende vorangetrieben wird das ist ist kein uphill battle mehr wie am Anfang renewals wird einfach new oil ich denke auch nicht dass noch viele Leute professionals das dementieren werden es geht um green electrons and molecules oder beide man soll nicht sagen nur noch wasser stoffen oder so nee es ist gesamt das in der energiekette das gesamte soll man betrachten und die arabische Welt das wird auch von Einleiter wo das arabische Welt oder Afrika wird manchmal in Europa gesprochen als ja das ist alles schwierig nee in 20 30 jaren wird Afrika arabische Welt werden die Gewinner sein weil die haben die billigste emissionsfreie energie sind gute leute die sind sehr gut in der lage das zu organisieren und die werden auch davon profitieren das ist der 3.0 also die arab world in der lebt das ist mein Buch ich habe mit einem Journalisten in deutschland thomas isenburg ein buch geschrieben auch auf dort das heißt dann energiewende in der wüste und wir haben es auch auf französisch übersetzt das kann ich natürlich auch empfehlen die jenige die sagen wir möchten mal ein bisschen tiefer verstehen was ist das ist eigentlich warum war das am anfang so schwierig und warum ist das jetzt so erfolgreich ja ich glaube damit möchte ich mich dann ich möchte ich das beende die andere sheets das machen wir jetzt nicht mehr super vielen dank vielen dank an paul van son für seinen für den beitrag ich glaube das hat uns wirklich a schur gebracht viele hatten haben eine vage idee von deser tech es beeindruckend zu sehen wie sich das über mehr als ein jahrzehnt entwickelt hat und ich glaube ganz besonders wichtig die partnerschaftsidee nicht hier kolonialistisch sozusagen hier die energie ausbeuten und heimbringen sondern vor Ort mit den leuten zusammenarbeiten und ich glaube auch ich bin selber auch sehr beeindruckt gewesen wir haben vor zwei drei jahren auch unter österreichischer präsidentschaft den überleiten überleiten zu Herrn Professor Lang wie reagieren sie darauf wie sehen sie die österreichische industrie aufgestellt in dieser in diesen chancen die sich aus der globalen energiewende ergeben Herr Professor ja bevor ich beginne darf ich mich zunächst herzlich bedanken für die Einladung hier beim Club of Rome und bei Ihnen Herr Losch ich hatte heute einen Terminkonflikt und möchte mich an der Stelle auch gleich entschuldigen bei meiner Alma Marta in Leoben die feiert heute 50 Jahre Jubiläum Kunststofftechnik also meine akademische Disziplin aber ich habe zugesagt dass ich am Abend in Leoben sein werde da fahre ich dann mit und morgen beim wissenschaftlichen Teil bin ich auch dabei jetzt zu Ihrer Frage Herr Losch für dieses Impuls Statement habe ich mir im Grunde zwei Themenkomplexe und ein Anhängsel vorgenommen der erste ist in der Tat hat mit dem österreichischen Regierungsprogramm mit dem Green Deal für die Industrie im österreichischen Regierungsprogramm zu tun da will ich kurz berichten wie kam es eigentlich dazu was ist der Hintergrund und was steht da eigentlich drinnen in dieser einen Seite im Regierungsprogramm und im zweiten Teil meines Statements würde ich ganz kurz darauf eingehen wo stehen wir heute und das Anhängsel dann der Annex ist in welche Richtung was ist für die Zukunft weiter geplant vielleicht ganz kurz zum Hintergrund zum neuen Regierungsprogramm kam es Jahr 2019 Sie einige werden sich an die Wahlkampfphase erinnern Fridays for Future war da schon ein Jahr lang aktiv Greta Thunberg ist da mit diesem Plastiksegelboot sage ich Carbon Segelboot von Europa nach USA gesegelt mit einer großen Message drauf Unite Behind the Science und daher komme ich auch zu meiner ersten Botschaft die ich heute hier zum ersten Mal öffentlich sage der Green Deal im österreichischen Regierungsprogramm ist eine Erfindung der österreichischen Wissenschaft in Kooperation mit der Industrie und ist ich hoffe einigermaßen erfolgreich zumindest am Papier in das Regierungsprogramm dann entsprechend mit aufgenommen worden erstmals präsentiert haben wir das als Forum Future das einige Kollegen und ich gegründet haben in der Wahlkampfphase inspiriert durch Fridays for Future haben wir das erstmals bei einer Pressekonferenz noch im September also vor der Wahl 2019 bekannt gegeben und der Impact dessen was damals in einem Zweispalter in den oberösterreichischen Nachrichten kam war eine Einladung beim CEO von Föstalpine kurz darauf eine Einladung beim European CEO von Lafarge also Zementindustrie und mit meiner Branche der Kunststoffindustrie und damit auch mit der OMV waren wir ohnehin kontinuierlich in Kontakt in der Koalitionsphase ist es dann gelungen einen Text ins Regierungsprogramm zu bringen den viele noch nicht in seiner Bedeutung und zwar in allen Details erkannt haben lassen Sie mich zwei besondere Merkmale herausstreichen das österreichische Regierungsprogramm Green Deal für die Industrie integriert drei große europäische politische Zielsetzungen das ist Klimapolitik Energiepolitik und Kreislaufwirtschaftspolitik ich würde behaupten wollen es ist das erste Regierungsprogramm das integrativ diese drei Bereiche entsprechend berücksichtigt und auch Vorschläge enthält wie dieser Green Deal tatsächlich umzusetzen ist einige stehen explizit drinnen ich will nur einen erwähnen wichtiges Vehikel für die Umsetzung des Green Deals ist die Stärken der Speerspitzen der österreichischen Industrie zu nutzen auf diese Zielsetzungen Klimapolitik Kreislaufwirtschaftspolitik und ich sage gleich das Ziel dazu heißt All Circular Carbon Industrie stofflich und energetisch dass dieses Ziel entsprechend durch die Unternehmen so übersetzt in ihre Strategien als Speerspitze und Lokomotive vorangetrieben wird in Form von sektorübergreifenden crosssektoralen Cluster Leitprojekten wo also Energiewirtschaft und Stoffwirtschaft und wenn ich sage Stoffwirtschaft vor allem die energieintensive Stoffwirtschaft Stahl Zement Kunststoff Chemie entsprechend kooperiert das zweite was auch drinnen steht nicht ganz so explizit aber an anderer Stelle implizit und man kann sich leicht ausrechnen was ist dazu notwendig der entsprechende Finanzierungsrahmen in in einer mehrstufigen Aufbau Phase geht es da ultimativ dann letztlich für diese Transformation der Industrie um ein bis zwei Milliarden Euro pro Jahr der Vorschlag den wir dann später nachgereicht haben ist in etwa so 400 Millionen Euro kommen von der Industrie 400 Millionen Euro kommen über ETS und Kunststoff Abgabe wieder zurück in einen Innovationsfonds dann sind wir bei 800 Millionen und mit diesem Package aus dem Innovationsfonds gehen wir in den European Green Deal verdoppeln das noch einmal und sind dann in der Größenordnung die ich angedeutet habe gut soweit vielleicht zum Hintergrund um zum vorigen Vortrag den Nexus zu schaffen die Essenz dessen was wir im Regierungsprogramm drinnen stehen haben ist in der Tat Green Electrons and Green Molecules und das zirkulär das ist wenn sie so wollen die Kurzbotschaft des österreichischen Regierungsprogramms ja das Ding ist dann tatsächlich aufs Papier gekommen und von da weg war dann die Frage wie setzen wir die nächsten Schritte inzwischen gibt es einige Ministerrats Vorlagen wo einzelne Elemente aufgegriffen wurden ich will hier nur auf zwei Aspekte ganz kurz eingehen im Aufbau und Resilienz Plan sind von insgesamt 4,5 Milliarden als erste Keimfinanzierung sage ich mal jetzt kann man diskutieren ist das viel oder wenig etwa 220 Millionen Euro dafür vorgesehen die Hälfte für Wasserstoff die andere Hälfte davon für die Transformation der Industrie also wir sind da noch ein bisschen unter den Beträgen auf die wir hin müssen aber im zweiten wichtigen Policy Dokument der österreichischen Bundesregierung und zwar im nationalen Reformprogramm das ebenfalls im April Mai verabschiedet und nach Brüssel geschickt wurde sind drei wichtige Bausteine enthalten und damit offizielle Regierungspolitik das ist die Unterstützung von zwei IPSEI Projekten das eine ist das Wasserstoffprojekt das ist in der Öffentlichkeit schon besser bekannt das ist auch schon weiter entwickelt und ein zweites Projekt zur Transformation da kommen wir jetzt auf die Green Molecules das ist Dekarbonisierung und zirkuläre Carbonströme wo wir versuchen in Österreich Allianzen zu bekommen auch in Europa um auch das in den IPSEI Status zu heben und das wichtige dritte Element wie finanzieren wir das alles auch der Austrian Innovation and Transition Fund befindet sich in diesem nationalen Reformprogramm und das Wording ist uns hier wichtig es geht um Innovation und um Transformation also nicht um die Business as usual Innovationen sondern um die transformatorischen Aspekte um es auf den Punkt zu bringen wo stehen wir in der Industrie ich kann das ganz kurz machen die ersten Cluster Flagship Projekte gibt es bereits losgekickt hat das Ganze schon vor einem Jahr mit einem Memorandum of Understanding LaFage OMV Borealis und Verbund die ein Projekt definiert haben ein gemeinsames Carbon to Products Austria in aller Kürze die CO2 Emissionen die in der Zementindustrie entstehen die werden zurückgeführt an die OMV die macht da Methan Methanol daraus die Borealis macht dann wieder Kunststoffe daraus und das Ganze fährt dann in Zukunft im Kreis in einem zirkulären Carbon Strom Dieses C2 PAD Carbon to Products Austria Projekt hat kürzlich einen nächsten Meilenstein gehoben und der ist jetzt wirklich wichtig denn bisher waren das Absichtserklärungen und Anträge bei EU Innovationsfonds dergleichen im Juni dieses Jahres haben diese Unternehmen bekannt gegeben eine gemeinsame GmbH die sie gemeinsam gegründet haben C2 PAD GmbH damit würde ich sagen ist das festgegossen und unumkehrbar und diese Schiene fährt zunächst vor zwei Tagen hat der Landeshauptmann von Oberösterreich Landeshauptmann Stelzer das zweite Cluster Projekt öffentlich bekannt gegeben da steht jetzt Vöstalpine und ich zitiere nur ganz kurz Oberösterreich soll die klimafreundlichste und sauberste Industriemotorregion Europas werden und das Projekt das da im Hintergrund steht heißt auch wieder Hydrogen and Carbon Management Austria obwohl also diese beiden Projekte stark landesregional verhaftet sind kommt in den Namen immer wieder der Ausdruck Austria vor und natürlich immer wieder der Nexus nach Österreich nach Europa das Wichtige neue Game Changing Element hat vor kurzem der neue CEO der OMV bekannt gegeben Herr Stern der vor einer Woche seine erste Pressekonferenz gegeben hat und ich nehme nur zwei Aussagen heraus die er besonders hervorgehoben hat der Wandel ist unausweichlich und ich zitiere nochmal die Veränderungen müssen schnell tiefgreifend und teilweise beschleunigend sein damit will ich eigentlich zum Ausdruck bringen das was Wissenschaft und Industrie versuchen voranzutreiben und politisch umzusetzen da ist Österreich relativ gut aufgestellt und jetzt stellt sich eine Frage wenn natürlich diese Voraussetzungen hier in Österreich von den Kompetenzen vor allem auch was diese großsektoralen Effekte anbetrifft so besonders gegeben sind wie bringen sie wir in die nächste Dimension der politischen Unterstützung das kann man vielleicht dann im Anschluss diskutieren aber eines wird dann ganz wesentlich sein diese Projekte da bin ich ziemlich sicher werden beispielgebend für Europa wirken also werden für den European Green Deal und die europäische Industrietransformation sicherlich einen deutlichen Mehrwert bringen auch in den Kooperationen mit YPSE-Projekten und dergleichen aber wir brauchen ziemlich große Mengen von Energie die sind natürlich über Einstrahlung vorhanden und wir haben es vorher im Beitrag ja gesehen in der Keynote das heißt was daraus folgt damit wir das auch energetisch entsprechend lösen können ich formuliere das immer so wir brauchen als nächstes den New Green Deal Africa Europe und damit würde ich meinen beschließe ich mein erstes Statement vielen Dank Wunderbar danke also Professor Lang Sie haben jetzt also sehr eindrucksvoll geschildert dass es österreichische Unternehmen durchaus gibt die hier sehr an der Vorfront dabei sind und auch danke für Ihr Lob für das Regierungsprogramm also an dem Sie ja auch Input zu dem Sie Input geleistet haben ja jetzt müssen die Dinge umgesetzt werden und ich würde vorschlagen als nächstes der Reihe nach wieder Richtung der Emirate Dubai zu schalten Sie haben es schon angesprochen die OMV hat eine neue Leitung der Aufsichtsrat hat einen neuen Vorstandsvorsitzenden bestellt Alfred Stern der seinen Dienst angetreten hat jetzt ist es eine jetzt überlasse ich Herrn Karl Rose Herrn Professor Rose wie Sie es anlegen Sie sind Aufsichtsrat wollen Sie allgemein sozusagen wollen Sie etwas spezifisch zur OMV sagen natürlich aber ich glaube wir haben Sie auch deshalb eingeladen damit Sie allgemein als Kenner der Petrochemie und der Erdölwirtschaft und mit ihren Verbindungen in diese Region die ja auch unser Thema heute ist die Mena Region und die Middle East North Africa Region wie sehen Sie das vor allem auch von Paul Fanson präsentierte Konzept kann hier Österreich können große Technologieführer und österreichische Energiefirmen können wir hier mitspielen können wir hier erfolgreich partizipieren Vielen Dank für die Einladung meine Damen und Herren ich darf mich kurz vorstellen ich bin zurzeit hier in Abu Dhabi die Chefstrategie der Abu Dhabi National Oil Company und Berater seiner Exzellenz Dr. Sultan Al-Jaba der nicht nur CEO der Adnok ist sondern auch Minister für Industrie und neue Technologien und auch für die Klimaagenten Frant Elise die rechte Hand des Kronprinzen das heißt ich habe hier natürlich schon einen guten Einblick auch was unsere Partner in Saudi Arabien etc. angehen wie man hier denkt ich war auch 25 Jahre bei Royal Dutch Shell damals noch die größte Ölfirma der Welt und davon zehn Jahre als Chefstratege auch und dann direkt im Weltenergierat wo wir uns sehr viel mit Zukunftsszenarien auch beschäftigt haben Es ist glaube ich erster Kommentar ein Fehler meine ich der Politik dass man sich nicht viel intensiver mit der Ölindustrie auseinandersetzt wir reden hier über den Ersatz der Fossilen und es gibt vor allem in den großen Unternehmen also in der Champions League der Ölindustrie schon seit Jahrzehnten Planungen die genau vorausgesagt haben was hier ist ich war in meiner Karriere in Shell auch für die Szenario Technik verantwortlich und ich kann mich erinnern in einem Büro mit Boroso zu sitzen und darauf hinzuweisen wir brauchen einen CO2 Preis das ist jetzt 25 Jahre her passiert ist gar nichts wir haben ihn noch immer nicht nicht so wirklich also wir wollten als Industrie immer diesen Preis haben um auch diese Energiewende einpreisen zu können und uns als Unternehmen auf das vorbereiten wir brauchen diese Rahmenbedingungen ist ein großer Fehler zu glauben dass anscheinend glaubt man man redet nicht mit der Industrie weil die unter Umständen dagegen sind Industrien sind ja äußerst schmerzbefreit wir werden den politischen Rahmenbedingungen folgen dort wo wir ansässig sind das heißt wenn die österreichische Regierung eine Strategie oder Rahmenbedingungen verabschiedet die eine Energiewende beinhalten dann werden wir das natürlich umsetzen und es gibt niemanden der das besser kann als die die es wirklich betrifft und da glaube ich müssen wir schon vielleicht öfter auch mit den Leuten reden es hat zum Beispiel meiner Meinung nach keinen einzigen CO-Roundtable gegeben der 10 20 größten Ölfirmen wo eine Ursula von der Leyen oder Herr Timmermans gefragt hätten wie seht ihr denn das da gibt es nämlich was die Umsetzung angeht schon das eine oder andere wo wir sagen würden also so wie ihr euch das vorstellt wird es nicht gehen und zwar rein pragmatisch gesehen und nicht weil wir das nicht wollen können österreichische unternehmen sowie die OMV hier eine Rolle spielen natürlich können sie das natürlich werden sie das natürlich müssen sie das ich ich kann ihnen heute meiner Meinung nach persönliche Meinung versichern dass Wasserstoff von großen Ölfirmen beherrscht werden wird schlussendlich egal wie viele Startups sie zurzeit haben im Endeffekt sind die Kernkompetenzen um mit Flüssigkeiten Gas umzugehen um sie mit Schiffen oder Pipelines zu transportieren um genau das zu tun zu komprimieren wieder zu in Gasform umzusetzen Energie hier raus aus Molekülen zu gewinnen ist etwas das hat diese Industrie seit 100 Jahren das wird auch so schnell nicht von anderen zu überbieten sein man muss immer denken wer kann wer hat welche Fähigkeiten wer kann das umsetzen nur ein Beispiel in Abu Dhabi ich bin im Aufsichtsrat im Steuerungsgremium der Hydrogen Alliance hier das sind die drei größten Unternehmen Mubadala Adnock und ADQ und wir setzen das schon um also wir bauen gerade eine Anlage in US für eine Million Tonnen an Ammoniak wir haben schon Ammoniak verkauft nach Japan an Kunden wir sehen wir haben eine ganz tiefe Analyse der zukünftigen Weltmärkte bis 2050 für Wasserstoff und alle Derivate das heißt Ammoniak und Methanol angestellt wir haben sämtliche Kostkurven und Preise auch schon berechnet das heißt wir sind vorbereitet auf das was jetzt stattfindet und zwar besser als die meisten und wir haben uns auch genau alle Transportoptionen durchgerechnet und angeschaut natürlich ist das nicht etwas was sie in den Zeitungen lesen werden aber diese Arbeit hat natürlich stattgefunden ich glaube ich glaube dass zum Beispiel die Emirate aufgrund ihrer Sonneneinstrahlung und das ist der Link nach zu Desert Tech ungefähr 25% des Marktes des adressierbaren Marktes in 2050 für Hydrogen für Hydrogen abdecken werden Saudi-Arabien sicherlich in der gleichen Größenordnung Welche Rolle wird dann Österreich spielen wir haben hier es war am Wochenende Minister Schallenberg hier wir haben eine strategische Allianz zwischen Österreich und den Emiraten dort haben wir auch vieles reingeschrieben ich habe reingeschrieben auch die Forschungszusammenarbeit ich bin ja Chef des Forschungsbeirates der TU Graz wo auch sehr viel im Wasserstock gemacht wird wir werden auch jetzt auf anderen Feldern zusammenarbeiten und wir haben mit Absicht auch eine österreichisch emiratische Wasserstoffallianz in dieses Abkommen aufgenommen die wird natürlich in erster Linie so ausschauen dass wir aus Abu Dhabi heraus nach Europa exportieren und die OMV zum Beispiel ihre Kenntnisse im Gas Trading und so weiter auch dafür verwendet um auch in Europa Ammoniak Wasserstoff zu vertreiben in unserer Meinung nach wird die ersten 15 Jahre werden sich sehr viel Ammoniak sehen und Methanol erst danach wirklich den Wasserstoff natürlich machen wir auch schon Wasserstoff also das sind Pilotprojekte ich bin ich bin nicht so optimistisch wie wirtschaftlich das jetzt schon ist egal wie billig die erneuerbaren sind und die sind bei uns hier sehr billig und trotzdem rechnet sich der grüne Wasserstoff zurzeit nicht das muss uns schon klar sein also da haben wir noch einen ganz schönen Weg zu gehen wir werden auch in der Technologie Entwicklung der Elektrolyseure noch einiges machen müssen und wir sollten auch andere Technologieoptionen nicht übersehen wir haben hier schon im Meer Änderungen des Salzhaushaltes die sich ökologisch auswirken durch die viele Entnahme an Wasser für die Entsalzungen also wir müssen hier schon auch die lokalen Umstände auch sehen das ist nicht so einfach aber das Potenzial ist riesig groß ist nicht nur für die ÖMV riesig groß ist auch für andere österreichische Unternehmen sehr groß wir haben einen großen Schatz an verfahrenstechnischen Expertise an Petrochemie Expertise Borealis 3000 Patente und wir werden auch diese Dinge nutzen ich glaube dass wir uns auch was zum Beispiel die ÖMV betrifft natürlich ich weiß welches Statement Alfred gemacht hat wir werden das uns aber auch natürlich wir sind ein Unternehmen wir sind nicht dazu da an Politik umzusetzen wir orientieren uns an Rahmenbedingungen die Gunst gegeben werden und wir haben eine Verantwortung gegenüber unseren Eigentümern das dürfen wir auch nicht vergessen und die Republik Österreich hat hier 30 sagen wir mal 30% es gibt auch 70% andere Eigentümer Sie haben Sie haben völlig recht dass die arabische Welt eine führende Position einnehmen wird wenn es um erneuerbare Energie und auch um Wasserstoff geht in einigen Teilbereichen finde ich ist die arabische Welt weiter als einige der europäischen Kernländer was das angeht also man ist hier äußerst technologieaffin und wird das mit sehr sehr viel Werbe auch weiter treiben Sie dürfen aber nicht den Fehler machen um zu glauben dass man im gleichen Zeitraum das Öl bewusst hinunterfährt nein das wird man nicht tun man wird solange es geht so viel als möglich auch an Öl und Gas verkaufen das heißt das was Sie sich immer neu erbauen haben ist ein Zusatzprogramm das darauf abzielt dann in 2040 2050 anzufangen die verschwindenden Cashflows aus dem Öl- und Gasbereich zu ersetzen wobei das äußerst schwierig ist weil die Renditen in diesen beiden Bereichen natürlich Größenordnung unterschiedlich sinkt also das nur auch um ehrlicherweise zu sagen es ist nicht so dass jetzt die arabische Welt sagt okay wir gehen jetzt aus dem Öl raus das wird dann geschehen wenn die Nachfrage nach Öl und Gas sinkt und die wird noch einige Jahrzehnte auf sehr hohem Niveau sein also sie wird sinken absolut unserer Meinung nach und da sind wir schließlich Experten ab 2029 bis dorthin sehen wir sogar noch eine Steigerung also wenn sie das vergleichen mit den net zero berichten der IE die davon ausgehen dass wir 2030 schon minus 18 Prozent im Öl haben dann würden wir sagen das sehen wir so nicht da müssen sie mit unseren Kunden in Indien und immer reden damit das eintritt und das wird glaube ich schwierig werden insgesamt muss ich sagen die Industrie kann ein großer Verbündeter sein diese Energiewende wird ohne das Mitwirken dieser großen Unternehmen wie einer ÖV aber wie auch der anderen europäischen Unternehmen wie einer Shell nicht stattfinden können sie müssen diese Unternehmen einbinden die haben tausende der best qualifiziertesten Ingenieure die sich mit diesen Stoffen und dem Fluss dieser Stoffe auskennen weil sie sehr heue Gehälter bezahlt haben historisch gesehen das heißt die haben dort unheimlich viel Expertise sitzen und es ist ganz wichtig dass die einbezogen werden das bringt mich jetzt vielleicht zum zweiten Thema Afrika das ist etwas ganz spannendes Thema ganz kurz ich muss sagen Afrika ist für mich auch als ehemaliger Direkt des Weltenergierats eine bis jetzt verlorene vergessene Chance hier sehe ich unheimlich viel Potenzial um hier eine ganz positive Rolle in dieser Energiewende zu spielen zurzeit fast zu 100% auf Einnahmen aus den fossilen angewiesen sind das muss ganz eng begleitet werden um hier nicht zu Situation von Failed States zu kommen auch das ist eine Aufgabe einer Politik einer europäischen amerikanischen internationalen Politik um schon frühzeitig das zu begleiten ansonsten haben sie Zustände wie in einem Venezuela und haben sie etwas das uns entgleitet ich glaube dass Afrika die Chancen hat aber die müssen dann wirklich auch genutzt werden um Energie also grüne Energie zu exportieren ob das in Form von Biokraftstoffen Biomasse grünen Molekülen oder grünen Elektronen ist ist eigentlich zweitrangig wenn man das nicht aufbaut wenn man das nicht nutzt wird die Energiewende nur Flurschaden anrichten das heißt ich finde das Thema dieses Symposiums äußerst wichtig und ich hoffe dass es auch im Denken der Politik präsent bleibt und man es nicht wieder vergisst das war jetzt natürlich eine sehr nüchterne Sicht auf die Dinge ich glaube das ist wichtig dass wir hier auch im Cup of Rome offen diskutieren wissenschaftsbased und auch ehrliche Statements hier hören das würde ich jetzt klassifizieren also auch ein Statement dass sich die ÖMV und vor allem Co-Eigentümer der ÖMV und wir haben Österreich nur mehr knapp über 30% und nicht die Mehrheit hier nicht automatisch das machen was im Regierungsprogramm steht sondern das als Rahmenbedingung akzeptieren aber natürlich ihren eigenen Markt ihre Märkte verfolgen ich glaube das ist wichtig zu verstehen ich glaube es ist trotzdem auch wichtig dass die ÖMV als früher hat es einmal geheißen Österreicher mit Verantwortung das ÖMV kann ich mich noch erinnern dass wir die Möglichkeiten auch nutzen ÖMV produziert noch immer Gas und sehr stark in Libyen in Tunesien und so weiter und ich glaube eines der Hintergründe auch für unsere Diskussion hier war ja auch nachzudenken ob man nicht um diese Präsenz der ÖMV in Afrika und im Nahen Osten Mittleren Osten hier auch wirklich sozusagen ganz klare Energiewendeprojekte positionieren kann und ob es jetzt Aufforstungen sind Photovoltaik sind und in letzter Zeit haben wir natürlich unter dem letzten Vorstand vor allem auch Investitionen in Richtung neue Raffinerie Kapazitäten gesehen das war glaube ich politisch natürlich noch nicht die richtige Richtung aber wir haben es jetzt ganz ehrlich und gehört wie die Lage ist und ich komme jetzt von der ÖMV als Schlüsselindustrie und ich glaube das war auch wichtig der Ruf die Industrie möchte dass man mit ihr spricht ich glaube es ist auch wichtig dass wir auch Wissenschaftler haben die hier sehr eng mit der Industrie zusammenarbeiten und wissen und ich komme jetzt sozusagen zu Klaus Fronius der also ganz klar auf der Seite eines österreichischen Betriebs ist der noch zu 100% in österreichischer Hand ist nicht mehr nur zu 30% und der ganz klar auch im Sektor der Zukunft Energiewende ist in der in der Photovoltaik mit den Wechselrichtern aber auch mit den Brennstoffzellen und so weiter lieber Klaus Fronius wie siehst du die Sachen die Chancen Österreichs vielleicht auch ein bisschen auch diese internationale Brücke zu schlagen als aus aus deiner Sicht Ja danke auch danke eben für den Club Fron für die Einleitung heute und ich möchte ein paar Worte über die Firma Fronius verlieren wir sind ein Familienunternehmen und das Unternehmen ist über eine Stiftung nämlich für meine Schwester zwei Nichten und meinen Sohn also wir sind ein kleines Familienunternehmen mit etwa 6000 Mitarbeitern und wir haben von diesen Mitarbeitern 750 die in Forschung und Entwicklung täglich tätig sind und die Ausgaben vom Umsatz her für diese Forschung und Entwicklung beträgt ebenfalls 15% also wir sind da relativ hoch angesiedelt wir exportieren in 60 Ländern und haben in 30 Ländern eigene Tochtergesellschaften gegründet also wir sind gut aufgestellt und kennen uns auf europäischer und auf internationaler Ebene relativ gut aus wir haben auch Kooperationen mit Hochschulen und überall dort auch eigene kleine Teams die auf nationaler Ebene die Richtung erfassen was eben für unsere drei Sparten das sind eben Antriebe für Elektrofahrzeuge die zweite Sparte ist Schweißtechnik da kann ich Ihnen berichten dass wir nicht nur im Automobilbau tätig sind sondern auch im Stahlbau im Schiffsbau im Pipeline Bau oder was wenige wissen ist dass wir zum Beispiel auch im Weltraum die Satelliten schweißen beziehungsweise auch die letzte Aktion war die SpaceX Rakete die ausschließlich eben mit unseren Produkten verarbeitet wurde dann komme ich zur PV also wir haben in dieser PV in Österreich 2800 Mitarbeiter die sich ausschließlich auf die Fertigung von Wechselrichtern konzentrieren das ist jenes Produkt das dem PV Modul dort wo Gleichstrom herauskommt dann die Wandlung vornehmen so dass es ein Brauchstrom eben der aus der Steckdose notwendig ist eben erreichen kann täglich werden etwa 3000 PV Installationen weltweit installiert mit unseren Produkten täglich also einmal sieben die Woche und im heurigen Jahr werden wir knapp an die 750.000 dieser Wechselrichter eben ausliefern wobei die Exportquote etwa 95% beträgt also 5% verbleibt in Österreich und wenn man eben Strom aus der Sonne gewinnt und die schickt eben keine Rechnung dann kommt man automatisch darauf dass man sagt man hat an verschiedenen Tagen oder bestimmten Tageszeiten so viel Strom den man gar nicht verbrauchen kann also ist die Überlegung wie kann ich diesen Strom eben speichern und wir haben begonnen damit Flurförderfahrzeuge das sind Stapler mit kleinen Speichern mit Wasserstoffspeichern auszurüsten anstelle von einer Batterie haben den Batteriekasten aus dem Speicher herausgenommen haben dort eben dieses Wasserstoffmodul eingesetzt und können damit eben bis zu 24 Stunden ununterbrochen einen Stapler betreiben ohne dass der einen Leistungsverlust hat die Batterie hat das eben nicht die verliert eben an Spannung und wird eben am Ende von ihrer von ihrer Kapazität immer langsamer der zweite Aspekt war dann dass wir Hausinstallationen vorgenommen haben wo eben der Wasserstoff in einer Röhre mit etwa 12 Meter Länge und einem Dreiviertel Meter Durchmesser auf 700 Bar hinauf gepresst wurde wo wir etwa an 4000 Kilowatt elektrischen Strom auch zur Verfügung hatten nämlich wir dachten das ist dann der Sprung im Winter hinein wo wir doch eher weniger Photovoltaik haben und in der Phase springt dann eben der Elektrolyseur an und verarbeitet den Wasserstoff zu Strom also so haben wir in kleinem begonnen Wasserstoff zu speichern und im großen Stil sind wir dann auch so weit gekommen dass wir mit der Rohelaufsuchungsgesellschaft in Österreich gespräche geführt haben dort ist ein sehr innovativer Generaldirektor der Markus Mitteck und ich wir haben uns zusammengesetzt und haben uns gefragt wie denn ein leeres Gasfeld das seit nach dem Krieg eben mit Erdgas eben leer gepumpt wurde wie können wir denn so ein leeres Gasfeld wieder anfüllen und es nützen und wir sind eben dann in der Folge drauf gekommen dass wenn alle leeren Gasfelder und das wird in Bälde einmal so sein die Erdgasfelder von die leeren Erdgasfelder dann wird automatisch die Rohelaufsuchungsgesellschaft der größte Speicher in Europa sein und wir haben hier diese Untersuchungen auch mit Montan Universität in Lioben die uns bei all diesen Versuchen begleitet hat zwei dieser Entwicklungen bestätigt nämlich wir sind in der Lage etwa 30 Terawattstunden an Wasserstoff in Form von elektrischer Energie zu speichern also das ist ein Spitzenwert an den hat niemals jemals gedacht dass wir das in Österreich so eine wertvolle Speichermöglichkeit haben diese Speicher sind in etwa 1800 Meter bis 2400 Meter Tiefe die sind abgedichtet dort braucht man Nullsorge zu haben dass irgendeine Veränderung stattfindet die sind nach oben in Lehm auf links und rechts und so in dem feinen Sand versteckt sich eben seinerzeit das Erdgas und jetzt versteckt sich dann auch in Zukunft dort der Wasserstoff das ist so die Herangehensweise und wir haben natürlich gewusst mit welcher Art von Wasserstoff können wir dann diese leeren Gas Felder wieder speichern und sind auf die Idee gekommen auch über unsere Verbindungen einmal mit der Ukraine zu reden und der Markus Mittecker hat eben dann diese Aktivität gestartet und hat mit den in Lemberg befindlichen Unternehmen die sich schon längere Zeit mit der Roel Aufsuchungsgesellschaft in Verbindung gesetzt haben Systeme besprochen nämlich gleich in der Nähe von dort gibt es riesige Flächen die für einen Agrarbetrieb nicht mehr geeignet sind oder auf die nächsten 100 Jahre nicht mehr geeignet sind dass wir dort eben Photovoltaik und Wind eben installieren und dort eben mit diesem Strom Elektrolyseure betreiben und den Wasserstoff in die vorhandenen Gaspipelines einspeisen die bis nach Österreich führen und von Österreich aus könnten wir dann eben diesen wertvollen Wasserstoff in die Gasspeicher der Roel Aufsuchungsgesellschaft einspeichern und dort eben dann den Strom erzeugen oder das Gas dorthin leiten wo eben die Energie benötigt wird das ist so im Großen und Ganzen unsere Idee jetzt wird man sich noch fragen wie viel Wasserstoff könnte denn in der Ukraine erzeugt werden und ich habe von der Hoelaufsuchungsgesellschaft gestern noch die aktuellen Daten bekommen das wäre im Zeitraum von 2021 also das sollte in Bälde geschehen können bis 2030 laufend also laufend das heißt Tag und Nacht etwa 2,5 Terawattstunden und von 2030 bis 2040 40 Terawattstunden und von 2040 bis 2050 80 Terawattstunden also es wäre dann eine Kapazität von 120 ungefähr 120 Terawattstunden laufend an Wasserstoff zu beziehen der in der Folge dann zu Strom und zur Verteilung kommen könnte das wäre so das große das wir uns da vorgenommen haben und was ich noch dazu sagen möchte ist ja es gibt in dem H2 Global Programm eben für die Herstellung von grünen Wasserstoff auf industriell Niveau in Deutschland eine Förderinitiative von rund 900 Millionen Euro das ist vorgesehen und da gibt es bald im Bälle die ersten Ausschreibungen an denen sich dann eben Firmen beteiligen können die an dem Projekt mitarbeiten vielleicht auch noch abschließend ein ganz interessanter Hinweis nach eben den Wasseranwendungen haben hat Fronius dann begonnen sich eben mit den Wasserstoff Tankstellen auseinander zu setzen hier ist so ein Beispiel es werden bereits die ersten Tankstellen in dieser Form ausgeliefert die dienen sowohl für LKWs als auch für PKWs und sind aus Grünen also der Wasserstoff der dort erzeugt und abgedankt wird wird eben mit grüner Energie versorgt schlussendlich ist meine persönliche Meinung dass jenes System sich durchsetzen wird das eben auch den wirtschaftlich günstigsten Anreiz eben gibt für die Verbraucher und aus dem kann man dann auch ableiten wie ist denn eine ökosoziale Marktwirtschaft gestrickt wie kann man daraus eben Vorteile einmal jetzt nicht nur für Österreich sondern auch für gesamte Europa einmal oder auch vielleicht auch noch weiterdenken für die Welt finden vielen Dank für unser Verständnis und bevor ich auf die Vorgabe weitergebe um das einzuordnen also dieses Ukraine Projekt aus Photovoltaik und Wind in der Ukraine in grünen Wasserstoff tatsächlich grünen Wasserstoff also es mag auch mal gesagt sein dass wir müssen ja aufpassen dass wir nicht sozusagen dann hier Wasserstoffe erzeugen die dann letztlich aus Atomstrom aus Kohlestrom Mixer sind oder oder weiterhin aus Erdgas ohne die dann entsprechend nicht klimaneutral sind 80 Terawattstunden in der Ausbauphase in der Planungsphase würde ja pro Jahr das würde ja bedeuten fast das nicht ganz das Dreifache vom Ausbauziel des österreichischen Erneuerbaren Ausbaugesetzes wir haben 27 Terawattstunden im Regierungsprogramm und jetzt im vollendeten Gesetz das vom Sommer verabschiedet war vom Nationalrat bis 2030 sollen in Österreich 27 Terawattstunden ausgebaut werden an Photovoltaik Wind Wasser Kraft Biomasse an erneuerbaren Energien um die 100% Erneuerbaren Quote zu erreichen und das was 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 du so lässig sagst dass es existieren Projekte sozusagen in der Ukraine machen wir 80 Terawattstunden also das Dreifache sozusagen davon was wir in Österreich ausbauen jetzt ein bisschen die Frage braucht diese Idee Hilfe von Entwicklungsbanken von Förderinstitutionen oder sieht sie das als rein kommerzielles Projekt also ich sehe es schon so also unser Unternehmen unser Unternehmen arbeitet bis jetzt ohne Bankkredite das ist vielleicht auch ganz wichtig ich bin als Beirat in dem Projekt Mission Innovation dabei und der Herr Heson ist dort mein Chef und wir verstehen uns sehr gut und ich habe dort schon oftmals angebracht dass wir eben Überlegungen anstellen sollten um in einer Größenordnung von mehr als 2 Milliarden Euro jährlich an Import von Erdgas und Erdöl zu verzichten und dieses Kapital dafür einzusetzen um Alternative aufzubauen und wir haben mit dem Energieinstitut in Linz das ist wirklich eine Heidenarbeit gewesen eine Heidenarbeit gewesen errechnet dass wir bis zum Jahr 2050 etwa um Österreich Carbon frei zu machen etwa 160 Milliarden Euro benötigen werden und damit würden wir eben unseren Anteil in Österreich als Vorzeigeland eben mit einbringen um aus dieser Klemme herauszukommen dass diese Erderwärmung und Österreich hat sich entschieden dem Pariser Klimaabkommen beizutreten wo ein wesentlicher Anteil die 2 Grad Erderwärmung drinnen stehen und das müssen wir tun und vielleicht ist das ein Ansatz um unsere Gefahr die auf uns zukommt und nicht nur auf unser jetzt sondern auch auf unsere Zukunft die auszuweichen Danke das war jetzt aber ein bisschen auswendig also Geld das ist jetzt gar nicht die Ansage wir machen das in der Ukraine wenn wir x Millionen bekommen sondern eher die Rahmenbedingungen müssen passen wenn ich das so verstehen darf und damit gebe ich zu Frau Gaber unsere Gastgeberin auch heute jetzt haben wir einiges gehört ein bisschen sozusagen auch Darstellung was Österreich kann wie die Lage jetzt doch wichtiger Flaggschiffe österreichischer Industrien denken und wie gesagt sehr ehrlich auch gedacht sehr offen wie sehen Sie jetzt die Chancen sozusagen abgeleitet daraus und welche wie sieht das die ÖEB und wie können wir den Green Deal jetzt wirklich auch die Mittel nutzen und da voranzuschreiten und Österreich so eine Klimamultiplikator Klimavorreiterrolle einnehmen kann wie es wir uns ja wünschen und wie es sich auch die Politik wünschen ursprüngliche Mandat und das eigentliche Mandat ist Zugang zu Finanzierungen Zugang zu Energie in Entwicklungs- und Schwellenländern warum haben wir das Mandat geschaffen 2008 war es ganz klar aus der österreichischen Politik heraus dass man aus industrialisiertes Land zur Armutsreduktion und auch über den Tellerrand hinausschauend auch Entwicklungsfinanzierung anbieten soll und nicht nur Grand Money das heißt es ist eine neue initiierte Säule dass man sagt wir finanzieren Afrika auf Augenhöhe was wir anbieten ist Commerzbank wie Bank Austria oder wie sie alle heißen Erste Bank oder Raiffeisen Bank kann nicht in Entwicklungs- und Schwellenländer gehen aus politischen wirtschaftlichen Risiken Eigenmittel Unterlegungsthemen wo diese Länder sehr schlecht gerätet sind Sie müssen sich vorstellen Sie haben keinen Investment Grid und es gibt immer hier den Staatsbankrott so quasi vor Augen deshalb hat man gesagt aber auch in diesen Ländern gibt es super spannende private Projekte mit auch vor Ort lokalen Investoren die hier Vorbildwirkung haben im Bereich erneuerbare Energie verarbeitete Industrie aber diese Firmen haben in diesen Ländern keinen Zugang zu Finanzierungen weil die lokalen Finanzmärkte keine langfristigen Finanzierungen bereitstellen das ist einmal das Mandat jetzt einer Entwicklungsbank dass man sagt wir fördern Privatsektorentwicklung vor Ort in Entwicklungs- und Schwellenländern mit dem Fokus auf Afrika die zweite Idee die dann geboren ist ist ja wir schauen über den Tellerrand hinaus und können auch dort lokale Wertschöpfung aufbauen und damit Armut reduzieren das heißt dadurch dass ich vor Ort investiere und hier Produktionsanlagen baue schaffe ich auch vor Ort Arbeitsplätze habe einen Know-how Transfer habe einen Technologietransfer bin aber auch ein vorbereitender Markt für österreichische Unternehmen und bestmöglich für Investoren um auch hier den Schritt aus Europa heraus in Entwicklungs- und Schwellenländer und in den so wichtigen Markt Afrika zu bewegen und zu gehen die dritte Themenstellung ist 2008 haben wir schon von Klima von Klimatransformation und Energiewende gesprochen sind noch sehr auf taube Ohren natürlich gestoßen wenn man sich erinnert man hört die OMV wir sind auch aus der Industrie sage ich einmal Österreich ist groß geworden sehr stark auch mit brauner Industrie dahinter müssen wir stehen und wir müssen schauen wie können wir das transformieren hier haben wir schon damals Projekte gemacht in schwierigsten Märkten und haben also erkannt es ist wichtig hier den Know-how-Transfer auch zu geben in Richtung Veränderung regulatorischer Rahmenbedingungen das ist ganz wichtig um hier auch die Energiewende zu schaffen das ist wir waren hier federführend in Österreich dann dabei haben Kooperationen abgeschlossen als Entwicklungsbank mit Weltbank am IFC sind sehr stark also auch mit den europäischen Entwicklungsbanken davon gibt es in Summe 15 dass wir es geschafft haben hier 50 Milliarden mittlerweile nur alleine also von nationalen europäischen Entwicklungsbanken auf Augenhöhe mit EBRT EIB und Weltbank zu mobilisieren aus dem privaten aus dem privaten Sektor wir mobilisieren privates Kapital private Unternehmen die ihr Kapital bereitstellen und mit diesem Geld investieren wir und das positive ist dass wir es jetzt auch geschafft haben mittlerweile als kleine Institution mit 1,5 Milliarden kommittierten Kapital dass wir auch der größte Klimafinanzierungs Beitragsleister heraus sind aus Österreich bei den Vereinten Nationen auf das sind wir stolz weil also das muss man erst einmal schaffen mit 75 mit 75 Staff jetzt sind wir im 12 also im 13. Jahr nach 12 Jahren so ein Upscaling zu machen dass ich mit wenig Kapitaleinsatz und mit wenig Staff so einen großen Impact leiste für die österreichische Klimapolitik wenn es über die Grenzen hinaus geht nämlich international wir haben Projekte also die wirklich vorzeigbar sind in Afrika zum Beispiel haben wir mitfinanziert den Nubian Solar Park das müssen Sie sich vorstellen ist ein Teilstück des größten Solarparks Afrikas wenn Sie da nachgoogeln also brauchen Sie nur eingeben Benban Solar Park das ist mittlerweile sage ich der zweitgrößte Solar Park der Welt in Indien gibt es noch einen größeren da müssen Sie sich vorstellen das ist mitten in der Wüste errichtet worden also mit über 2000 Megawatt auf 73 Quadratkilometer da sind also ich glaube sechs Millionen Solarpaneele aufgestellt und dieses Projekt und das bitte zuzuhören wurde in nur drei Jahren Bauzeit hochgezogen und es ist sensationell dass das in Ägypten wenn man sagt das war ein super Eingangsstatement in Afrika die sind sehr wohl auf Augenhöhe Afrika ist auf Augenhöhe Afrika hat also vor allem in Nordafrika genügend Expertise und internationale Kooperationen dass in kürzester Zeit so viel Solarenergie aufbauen können damit in künftiger Zeit sehr wohl auch die Wasserstofftechnologie nämlich die grüne Wasserstofftechnologie die man auch braucht also für die Produktion von Ammoniak und so weiter nämlich für die Schwerindustrie die erforderlich ist und es wird kommen dass das ein ganz ein großer Hub sein kann und werden kann genauso auch wie arabische Länder also wirklich da tut sich enorm viel wenn man nur anschaut mit diesem mit diesem Benban Solarpark wird jetzt dann zwei Gigawatt produziert das ist die Maximalleistung die dieser Windpark hergibt und man kann über eine Million Haushalte mit Strom in kürzester Zeit versorgen das Wüstenbettpotenzial ist enorm ich bin da jetzt nur einmal in Ägypten zu Hause gleiche Möglichkeiten ergeben sich in Jordanien in Marokko in Saudi-Arabien die Sonneneinstrahlung ist extrem gegeben die verfügbaren Landflächen sind günstig ich brauche dort keine Menschen absiedeln ich habe keine politischen Themen ich habe Wüstenregion ohne Ende Photovoltaik ist seit 2015 wie im Eingangsstatement erwähnt worden ist die günstigste Solarproduktion das können wir bestätigen die Produktionspreise und die Komponenten sind mittlerweile auch in der Wüstenregion Proven Technology rasche Installation geringer Impact auf die Umwelt das heißt was passiert und das nächste Thema ist auch die begleitende Infrastruktur ist sehr einfach und leicht ausrollbar und wir haben bestehende Solarnetze das wird immer mehr ausgebaut infrastrukturmäßig braucht man nur schauen mit der KfW und das Ganze ist klimafreundlich und es bietet eine irrsinnige Chance für die Zukunftstechnologien Zukunftstechnologien spreche ich nahe Zukunft 2025 ferne Zukunft 2030 2050 aber bis dorthin werden diese Technologien auf jeden Fall also spruchreif international spricht man bereits neben erneuerbarer Energie und Energieeffizienz vom Wasserstoff nämlich vom grünen Wasserstoff das ist bereits die dritte Säule der Energiewende und überall dort wo man erneuerbare Energien eben nicht direkt nützen kann da gibt es die Überlegungen dass man grünen Wasserstoff braucht nämlich um eben die Stahlindustrie natürlich zu transformieren Ammoniak für die Düngemittelindustrie dann die ganze Zementindustrie Zementproduktion Grundstoffindustrie und in fernerer Zukunft natürlich auch Brennstoff für LKWs Schiff und Luftfahrt das Ganze wir haben gesehen in Nordschweden wurde schon ein Stahlwerk mit grünen Wasserstoff umgesetzt wir sehen Dyssenkrupp wir sehen viele viele große Leading Companies international die jetzt schon komplett im grünen Wasserstoff also Bereich denken aber erforderlich ist es natürlich man braucht eine irrsinnige hohe Energiedichte um also hier den Skaleneffekt zu erreichen das heißt Zwiel ist es eine Skalierung nach oben zu erreichen Skalierung der erneuerbaren Energieanlagen dazu brauche ich viel Land dafür brauche ich natürlicherweise aber auch um die Elektrolyse sicherstellen zu können sehr sehr viele wirtschaftliche Modelle damit ich das überhaupt darstellen kann als Bank Frau und aus dem Bankenbereich kann ich Ihnen bestätigen dass es derzeit noch keine wirtschaftlichen Modelle gibt an dem wird noch gearbeitet aber man geht auch davon aus so wie es die Kostendegression in der Photovoltaik gegeben hat über 20 Jahre dass es auch im Wasserstoffbereich diese Kostendegression geben wird und deshalb muss man jetzt schon in den Startlöchern stehen und hören wie sich die Industrie entwickelt Beispiel die EBRD arbeitet jetzt schon an Machbarkeitsstudien mit der Ukraine also alleine bereits also mit dem es gibt schon ein Memorandum of Understanding mit dem Network Operator zum Beispiel Beispiel die EBRD arbeitet zusammen mit Georgien Georgien möchte gerne also sie entbeigen natürlich das viele Wasser sind jetzt schon zu 80% nur mehr Wasserkraft unterwegs möchten jetzt schon überlegen wie können wir in Zukunft grünen Wasserstoff für uns nützen Saudi-Arabien arbeitet an der größten Wasserstoffproduktion die in Betrieb gehen so 2025 wir haben den Windpark jetzt bilaterale also alleine finanziert in der Ukraine die Projektanten überlegen schon alternative Verwertungskonzepte wie man das zukünftige Vorprodukt für grünen Wasserstoff einsetzen kann natürlicherweise möchten wir als Entwicklungsbank diese Technologie nur dort nützen wo man wirklich also hier braune wirkliche braune Technologien ablöst warum weil natürlich wäre ich den erneuerbaren Energie dort vorrangig nützen in der Kaskade der Priorisierung wo ich ihn auch direkt einsetzen kann und man sollte quasi den Wasserstoff den wertvollen grünen Wasserstoff dort verwenden wo ich dann auch in 20 Jahren nicht weiß wie kann ich hier diese Stahlindustrie oder Schwerindustrie transformieren und wenn der Klimawandel dressiert und wenn dann alle unter Druck stehen dann wird es spät sein das heißt ich muss jetzt schon und das sind die Banken und die Banken denken schon voraus und bei dieses Grundsatzstatement hat man auch schon gehört man muss jetzt schon überlegen wo wir in 15 oder 20 Jahren sein möchte es braucht nämlich eine wir müssen schauen wie geht die Speicherung erneuerbare Energien haben eben keine statische Auslastung es ist nicht möglich wie können wir Speicherfähigkeit nützen da gibt es schon sehr interessante Studien es ist möglich wir haben es gehört und im großen Stil das ist die Zukunft man muss schauen wie können wir die erneuerbare Energie speicherbar machen und im Transportbereich gibt es schon wie ist man in der Ukraine bis nach Zentraleuropa hinein Gaspipelines die man auch gibt es auch schon Studien nützen kann für den Transport eben dann auch des grünen Wasserstoffs dann gibt es natürlich geopolitische Fragen wenn man sagt man ist in Afrika sagt die EU natürlicherweise das ist Desertec 3.0 perfektes Projekt warum man kann hier sagen man baut einen regionalen Hub auf nützt diese riesige Wüste produziert grünen Strom macht dort die Elektrolyse vor Ort und dann vernetzt man die ganze Welt mit diesem Strom ja wie hätten wir nicht die geopolitischen Probleme die natürlich nicht ausgeblendet werden können EU-Strategie ist wir wollen uns aus eigener Hand natürlich unabhängig machen mit eigenen grünen Strom das ist aber kombiniert sehr wohl also auch mit der Importmöglichkeit aus Afrika das ist also definitiv auch eine EU-politische Vision und um auch diese vor Ort Partnerschaften zu Afrika und diese Netzwerke dort zu nützen und natürlich auch vor Ort hier wirtschaftliche Wertschöpfung aus Europa heraus aufzubauen das ist eine riesen Vision und was man vorher schaffen muss und da bin ich wieder bei der OMV man muss auch überlegen wie können wir Österreich mit auf diese Reise nehmen und hier sich abstimmen auch mit Schwerindustrie was kann man machen und wenn man dann liest dass die OMV glaube ich von der Kommunalkredit finanziert eine Elektrolyseanlage schon ins Leben geschaffen hat und Fronius hier auch innerhalb von Österreich hier ein Proven-Track-Rekord ein Vorzeigeprojekt ein weltweites Vorzeigeprojekt geschaffen hat muss man auch überlegen wie kann man das Know-how das hier auch bereits gegeben ist nützen um es auch natürlich zu transportieren die Finanzierung wird nie das Problem sein der Technologietransfer ist wichtig und natürlicherweise auch was man gesagt haben wir schaffen von Arbeitsplätzen in Afrika aber auch mittel- und langfristig die Thematik wie können wir auch von anderen Ländern Arbeitskräfte die wir brauchen sourcen und ein Riesenthema also generell in der Zukunft wird einfach auch sein wie wird man Kohlenstoff bepreisen das ist richtig das ist eine Lücke und wenn man nicht also konsequent sich auch überlegt wie man sanktioniert und wie man auch bepreist dann hat man zu viel Agilität und das kostet Zeit aber gut und danke also für die Möglichkeit heute da auch dabei sein zu können ja vielen Dank Frau Gaber ich bin jetzt zeitlich ein bisschen in Verzug ich glaube wir können vielleicht noch fünf Minuten anhängen bevor dann im zweiten Panel da wird auch sehr stark das Thema Aufforstung Biomasse und so weiter kommen und auch noch einmal das Thema Finanzierung über europäische Kommission und neuen Mittel des Green Deals ich glaube wichtig ist eben auch diese Additionalität zu zeigen also wir haben bis jetzt ein bisschen von meinem Gefühl her wir haben jetzt gezeigt das sind tolle Firmen was wir können wo wir überall sind wo wir schon mitgemacht haben dort und da und welche Projekte wir haben es gilt glaube ich gerade aus meiner Sicht und meiner Rolle wie ich auch Club of Rome verstehe dass wir dann sozusagen Dinge additional einen Mehrwert bieten und die Dinge weiter voranbringen und gerade in dem Bereich wenn wir schauen nach Deutschland zwei Milliarden Euro für grüne Wasserstoff internationale Partnerschaftsprojekte wo auch das Geld dann dahinter ist wenn wir sehen in die Europäische Union die zweimal 40 Gigawatt Initiative die Paul Fonson auch sozusagen Europa und Afrika dargestellt hat ich hoffe dass es wirklich gelingt hier weiter Österreicher zu beteiligen und hier eine Mehrheit zu bieten ich möchte jetzt die Chance eröffnen für die Teilnehmer hier Fragen zu stellen an das Podium bitte in der beginnen wir in der zweiten Reihe daher vielleicht wenn Sie kurz dazu sagen haben wir ein Mikro wer Sie sind Helwin Braska vom Verein Energiewende Linz ich hatte eine Frage weil die Größenordnungen waren spannend 80 Terawattstunden in der Ukraine aber jetzt haben wir ein kleines Land wie Österreich das in der Größenordnung 400 Terawattstunden pro Jahr an Energie braucht die Föst Alpine allein bräuchte 30 bis 40 Terawattstunden an Wasserstoff am Standort Linz um grün zu werden wie geht sich das aus weil im Endeffekt die 80 Terawattstunden werden sich auf ganz Europa aufgeteilt anfühlen wie ein Tropfen auf den heißen Stein und es wird in Oberösterreich schon diskutiert ob man jetzt wieder vielleicht einen zweiten dritten Block in Temmelin dazu baut damit man den ja da gibt es irgendwelche Gerüchte und die Netze dementsprechend ausbaut also wie können wir da das Test-Attack so schnell beschleunigen wie kann man das in der Ukraine so beschleunigen dass man solche Sachen nicht braucht und dass man nicht irgendwie dann doch wieder als Fallback beispielsweise auf irgendwelche teuren Atomreaktoren zurückgreifen müssen ok verstanden auch die Dimensionen Einordnung ich würde sagen wir sammeln jetzt einfach drei vier Fragen und dann machen wir eine Runde von den Panelisten wer möchte sich weitermitteln ein Kollege Johannes Tintner von den Scientists for Future ich möchte ein bisschen durch die Dramatik der Situation vielleicht zuspitzen wir können dieses 2 Grad Ziel ja auf eine maximale Konzentration an klimawirksamen Gasen reduzieren das heißt wir können das umrechnen ein maximales Carbon Budget das wir noch haben im Business as usual Fall da gibt es einen Ticker der läuft wenn wir gar nichts tun dann ist das in wenigen Jahren das sprechen wir nicht von 2040 sondern eher 2025 2026 aus jetzt wissen wir auf der anderen Seite die das Hochfahren von Kapazitäten für erneuerbare Energien läuft aktuell nach wie vor über den Einsatz fossiler Rohstoffe das heißt das wäre ein CO2 Budget das derzeit gar nicht eingepreist ist was ich damit sagen möchte ich glaube es ist schon sehr sehr wichtig sich klar zu machen dass völlig falsch ist das Bild je mehr wir die Energiewende vorantreiben je mehr die Rohstoffindustrie sich umstellt desto eher können wir uns als Gesellschaft quasi zurücklehnen und sagen ja passt das Thema wird eh abgehakt genau das Gegenteil ist der Fall ich glaube wir müssen uns klar machen als Gesellschaft müssen wir unsere Emissionen massiv reduzieren damit wir überhaupt den CO2 Budget frei bekommen für genau diese Energiewende ok danke bitte ja ich würde euch auch in dieselbe Kehr beschlagen mein Name ist Mein Gast Lopos GmbH komme aus dem Bereich Forschung und Entwicklung für nachhaltige energieeffiziente Bautechnik und da sind wir um 30 Jahre zurück im Vergleich zu dem was bei der Energie Produktion sage ich mal ich weiß dass es falsch ist aber wenn ich das so höre ja es ist wirklich großartig was da alles sich bewegt aber ohne die Effizienzsteigerung zum Beispiel die Zementindustrie emittiert zwangsläufig fossiles CO2 in großen Mengen das wird nicht weniger wenn das die ÖV produziert und wie gesagt was können wir machen um die Effizienz die der Kollege eben angesprochen hat in die Effizienz zu investieren wo wir wirklich 30 Jahre mindestens im Rückstand sind ok gibt es noch eine weiteres bitte Herr Kollege Ja ich habe nur eine kurze Frage der Transport von Energie der in Afrika erzeugt wird nach Europa da gab es früher eine Diskussion über kryoelektrische Leitungen ich habe es so verstanden dass man jetzt durch die See durchgeht durch das Mittelmeer und die Energie transportiert welche Leitungen gibt es die effizient sind von Afrika nach Europa die Energie zu transportieren Ja vielen Dank ich sehe jetzt keine weitere gute Wortmeldung damit weil wir hinter der Zeit sind eine Endrunde werde ich beteiligen ich beginne vielleicht mit Professor Lang und möchte dann auch noch einmal an Paul von Sonn und die restlichen Panelisten geben bitte Herr Professor also ich will es ich will es in aller Kürze bezogen auf alle vier Fragen versuchen nacheinander vielleicht zu deiner ersten Frage Herrweg wie beschleunigen wir das ich glaube das entscheidende Mittel der Beschleunigung und da setze ich wieder auf diese Lokomotiven und Speerspitzen Funktion der Industrie niemand wird so glaubwürdig sein wie die Speerspitzen der österreichischen Industrie dass die den Schalter umgelegt haben mein Eindruck ist das ist noch gar nicht verstanden worden vollständig in der Politik also wir haben momentan eine Situation wo die ersten die verstanden haben mit Vehemenz worum es geht waren nicht die 68er so mein Jahrgang wie ich damals an die Uni gekommen bin sondern die Schüler Schüler und Schülerinnen Streik hat es geheißen Scientists for Future war ganz schnell hinterher mit 25 und die Nächsten die es gelernt haben war die Industrie also daher glaube ich der wichtigste Hebel wird jetzt sein Alignment und ich beziehe es jetzt nur mal auf Österreich andere Länder das wird viel zu kompliziert aber bezogen auf Österreich wenn wir das Alignment der Industrie schaffen und ich habe versucht zu skizzieren wir sind da ziemlich knapp dran und der Game Changer ist in der Tat der bisher außen vor war ich sage das ganz deutlich ist die OMV OMV mit eigenen Ideen ja aber cross sektoral beginnt das Spiel jetzt wirklich ganz neu und das ist die einzige Hoffnung das zweite scientists for future die Frage die da war carbon budget effizienz suffizienz da haben wir vorher von Herrn Svoboda gehört es gilt natürlich nach wie vor sowohl als auch nur muss man was die österreichische industrie betrifft das gilt für die Stahlindustrie das gilt für die Zementindustrie das gilt für die Kunststoffindustrie also die drei großen synthetischen Werkstoffklassen wenn man so möchte sind weltweit was Effizienz und Technologiestandards anbetrifft ohnehin schon im Spitzenfeld da ist Effizienz natürlich noch bisschen was machbar aber wenn dann müssen wir reden über entweder Suffizienz wie viel Flächen betonieren wir zu oder wir reden dann über die Transformation der Kreislaufführung von Stoffen mit erneuerbaren Energieträgern und das kommt in der ganzen Diskussion ich finde auch heute viel zu kurz wir reden viel zu viel über Strom und Wasserstoff hin und wieder kommt dann noch Ammoniak und wir reden nicht über die zirkulären Kohlenstoffströme und Entkarbonisierung und Dekarbonisierung wird nicht gehen weil Life ist Carbon Makromoleküle also wir müssen eine neue Bioökonomie schaffen die diesen technologischen und das ist die Essenz dessen was ich versucht habe was im österreichischen Regierungsprogramm und zwar als einzigen Regierungsprogramm weltweit momentan steht und daher die Vorreiterrolle für Europa und vielleicht auch für andere ja damit habe ich glaube ich das Effizienz Suffizienz Problem auch ein bisschen mit abgehakt und die Transportfrage der Energie die schließt sich dann gleich an wir reden jetzt plötzlich nicht nur mehr über Strom und Wasserstoff sondern wovon ich rede ist auch Methan und Methanol und das alles im Kreis gefahren und die Infrastruktur die ist gebaut die haben wir daher sage ich und jetzt kommt nur ein letzter Punkt der heißt dann Effizienz wieder da das sage ich da lernen wir jetzt von der evolutionären Bioökonomie die Photosynthese wenn Sie sich die Photosynthese mal energetisch dann anschauen und mit unseren modernen Technologien vergleichen dann sind wir bei modernen Technologien in der Umwandlung von Solarstrom von solarer Einstrahlung auf Stoffe sei es jetzt Biomasse oder in unserem Fall was die Vorstellung ist dann entweder Wasserstoff Methan Methanol Ammoniak zu generieren da sind wir um einen Faktor 10 plus besser in den Effizienz Umwandlungen und mit dem Potenzial gilt es das anzukurbeln und mit dem Überangebot und dann sind wir tatsächlich wieder bei Desertec neu aber das ist der Punkt der eigentlich noch in diese grünen Stoffströme ausreichend integriert werden muss ob das ausreicht das ist mal für Österreich eine gute Perspektive das ist für Europa glaube ich sinnvoller Weg die Welt ist natürlich insgesamt noch einmal komplizierter Es gab wahnsinnig wichtige Fragen aber wir müssen jetzt Richtung Pause kommen jetzt frage ich einmal Richtung Dubai Herr Van Son etwas zurück Plastiks und andere Unfug und das hören wir auch immer in Diskussionen dass die Industrien die das machen aber auch Menschen auch der Bürger der ist auf der einen Seite sagt wir haben ein Problem wir müssen was machen aber auf der anderen Seite ist nicht bereit oder ist noch nicht bewusst dass es einfach nicht mehr geht und man soll das maximal draconisch verteuern und auch irgendjemand verbieten ich meine solange wir das nicht machen haben wir die Diskussion die wir auf Landerebene führen und ein bisschen erneuerbare Energien noch ein bisschen hier und interessante oder effizienzverbesserung und so weiter es sind nur sekundäre Lösungen das sind nicht die Lösungen also Nummer eins ist absolut und das treibt auch in circuläre Wirtschaftsrichtung alles was echt nicht mehr akzeptiert werden so kann wie zum Beispiel Betreibhausgase in die Atmosphäre bringen soll echt absolut draconisch verteuert werden wenn nicht verboten solange wir das nicht machen ist alles akademisch was wir besprechen dann gab es Frage zu Desert Tech und Energieerzeugung Desert Tech ist eigentlich nicht mehr als dass man sagt in den Wüsten hat man sehr billige Energiequellen die Länder die dort sind sollen das auch für sich verinnerlichen und auch nutzen und in die Weltmärkte das ist zum Schluss natürlich auch Österreich aber die ganze Welt kann davon profitieren aber Hauptsache ist dass das in den Ländern dort vor Ort ist also Transport von Energie das kennen wir mit Kohle Öl Gas LNG und so weiter ist überhaupt kein Thema auch Strom das ist ein Marktthema was die Märkte auch organisieren und regeln wenn es richtige Preissignale gibt wichtig ist ein Markt angeboten dass ein Unternehmen das ein Unternehmen einfach Giftstoffe oder Treibhausgase ohne Penalties in die Luft schwingt also dort liegt eigentlich das Thema Ja also ich beziehe mich auf die Stimmen aus dem Publikum auch Scientists for Future ich gebe Ihnen beiden unheimlich recht das macht mir unheimliche Sorge dass uns der Leg Room ausgeht dass wir eigentlich sehr spät dran sind es ich meine größte einer meiner größten Sorgen ist dass wir in fünf bis sechs Jahren an einem Punkt sind wo diese ganzen jungen Leute die jetzt dafür sich einsetzen wie Files for Future von demokratischen Projekt Prozess sich abhaken weil sie sagen wir haben es nicht geschafft also es ist wirklich fünf vor zwölf und ich möchte nur eins noch dazu sagen ich bitte Sie alle daran zu erinnern auch Banken wenn Sie Management und Organe einer Firma haben wir stehen in der Haftung und wir müssen gewisse Regeln befolgen einer Aktien Gesellschaft ich kann nicht zum Beispiel meinen gesamten Investment Cashflow in Projekte investieren die unter meinem internen Zinsfuß liegen und Sie werden das Banking das wissen auch hier braucht es zum Beispiel in Finanzwelt unter Umständen neue Regeln die geschaffen werden das Unternehmen auch erlauben sehr schwierige Transformationen zu machen weil das ist nämlich nicht einfach ich habe mich neulich weil ich den Ausschuss leite wo die Strategie danach behandelt wird drei Stunden lang mit dem CEO der ÖMV unterhalten was dürfen wir denn ob wann müssen wir aufpassen mit Shareholen was wir tun können wie schnell können wir das vorantreiben wie sehr müssen wir aufpassen ob wir nicht Werte im Upstream Bereich zum Beispiel der ÖMV wo wir die Öl- und Gas Lagerstätten haben das sind der Werte vorhanden ich kann ja nicht einfach sagen so und jetzt schreibe ich die ab also das sind schon Fragen die uns natürlich auch beschäftigen es ist es ist leicht über diese Dinge zu diskutieren aber wenn es natürlich in einer börsennotierten Pfad vorhanden sein dass das alles auch konform den Regeln abläuft und hier muss man sagen fehlt vielleicht auch noch Innovation wie man uns die Rahmenbedingungen erleichtert um solche Dinge auch zu tun weil zum Beispiel eine PP kurz eine PP hat im Quartal angekündigt sehr viel in den Strom zu gehen und hat 50% des Aktienwertes verloren in kürzester Zeit und das sind Dinge ist natürlich schwer wenn sie das beantworten müssen Danke vielmals ich glaube das war jetzt auch das Stichwort Rahmenbedingungen und ich möchte auch darauf hinweisen dass der Green Deal so wie von der Kommission auch gedacht ist natürlich auch Rahmenbedingungen im Bereich Taxonomie Green Investments im Bereich CBAM also dem Klimazoll vorsieht wo auch nicht nur mit Förderungen sondern auch durchaus mit Rahmenbedingungen hier operiert wird schade auch dass CBAM oder wir alle hoffen dass CBAM schnell entschieden wird und möglichst umfassend da sind ja einige Lücken auch noch drinnen Klaus Fronius letztes Wort von deiner Seite Danke Einen Vorteil haben wir noch nicht genannt das ist nämlich bei diesen Dankeschön Dankeschön Herr Taschner Einen Vorteil haben wir nicht genannt dass diese Technologien keine Abnutzung haben also bei diesen Technologien dreht sich nichts und somit können wir auch zum Beispiel bei Photovoltaik Wechselrichter und angedachter Elektrolyse eben davon ausgehen dass die Lebensdauer von solchen Produkten etwa an die 30 Jahre herangeht wo sie keinen Service benötigen also das ist einer der Riesenvorteile die zweite Frage an Sie die Föst hat jetzt diese 6 Megawatt Anlage in Betrieb genommen und die sind dabei zu lernen also es ist noch lange nicht gesagt dass diese Anlage mit der Wasserstofferzeugung da und eben zusätzliche Beibringungen von Additiven tatsächlich dann den Strom den Stahl erzeugen kann so wie er heute auch von der Qualität her benötigt wird also da ist noch einiges an Forschung und Entwicklung eben tätig notwendig und dann kommen wir auch noch zum Schluss wer sind denn in Österreich zurzeit die stärksten CO2 Emittenten das ist einmal der Verkehr dort haben wir am meisten Chancen eben den einzudämmen und dann als zweiter Sektor ist eben die Industrie die diese Dinge Ja das wäre so mein Schlusswort Super ich habe zu Frau Gaben geschaut wir schließen glaube ich jetzt die Sache ich glaube es ist klar in so einer Diskussion wir wollen diskutieren mit Ihnen unter uns man muss sich ein Thema aussuchen ein bisschen fokussieren dieses Tessatec Thema hat sich jetzt einmal sozusagen hauptsächlich um diese Dimensionen auch Wasserstoff Strom Erneuerbare gedreht natürlich ist Energieeffizienz ist Circular Economy ist Bioökonomie genauso wichtig sowohl als auch deswegen möchte ich auch schon als Teaser für das zweite Panel da haben wir auch das Thema CO2 Senken Aufforstung Biomasse Kohlenstoffkreisläufe im biologischen Bereich auch mit dabei genommen man kann halt nicht alles immer auf einmal ich würde noch gerne die Diskussion vertreiben und deshalb Planet People und dann Profit weil umgekehrt geht es nicht mehr genau und damit möchte ich mich jetzt wirklich bedanken bei allen Teilnehmern unter dem dass unsere Regie sagt dass wir die Wiederaufnahme um 16 Uhr planen und damit haben wir jetzt gute 20 Minuten für eine Kaffeepause das Buffet oder die Kaffeepause ist eröffnet danke für eine Kaffeepause Vielen Dank. 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 ... ... ... ... ... ... ...... 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 ......... ......... ...... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ............ ......... ......... ......... ............ ............ ......... ......... ......... ............... .................. because you're in a different place with social and economic. So really one of the big things that have to change in terms of this partnership with Africa is to take environment, social and economic in one breath. That's a really big change. Sustainability disclosure expectations are rising. So we're talking about rating agencies. What I want to say about the rating agencies is that very often when you talk to the ESG agencies, and don't forget the methodology that was used by Ökom, GmbH, which was bought by ESS, ESG, which was then bought by the Deutsche Börse, which has rated about 7,000 companies, they will tell you that there's something like a risk tale. Sie verstehen afrikanische Ökonomien nicht. Sie verstehen auch sehr viele afrikanische wirtschaftliche Begebungen nicht. Sie verstehen sehr viele afrikanische Unternehmen nicht. Das heißt, dass das Risiko, mit denen afrikanische Unternehmen bewertet werden, ist eigentlich öfters nicht ganz realistisch. Regulatory changes are happening everywhere. Job creation and actually even being able to retain staff is very much dependent on sustainability factors. That is a global phenomenon. It's becoming increasingly important where I come from. Purchasing decisions are changing because of sustainability factors. That's also a huge issue here. Governments are getting much more involved, and companies are being obliged to take that into cognizance. And of course, investment, and we heard about some of that in the first session, is being significantly impacted by sustainability factors. What I want to share today is a leapfrog moment. What we saw. So I used to be the director of strategy for the Nigerian Telecommunications Regulator. And when I joined the organization, I started working with them. I worked with them inside the organization and outside for about a decade, 10 years. We started with 400,000 landlines. Within 10 years, we leaped from to almost 100 million mobile phones. That set of growth was unprecedented anywhere in the world. That happened in Nigeria. And that was a leapfrogging moment. A second leapfrogging moment was moving away from physical bank branches to fintech. And I think everybody knows about that. Now, I see a new moment based on blockchains and decentralized finance. And I think there's a huge opportunity in peer-to-peer financing, not just bank-to-peer. How that will play out, we're not entirely sure, but this will significantly influence the way we do things. And I'll give an example of that later. Here, for instance, if you think about things in terms of peer-to-peer lending, there's some programs called Kiva. One of the things I want to challenge the banks to do, and I'm working on one project that has something to do with this. If we want to really change the way people live, then there are opportunities to actually finance. And I will give you examples of where we have specifically finance people to own different types of homes or to power their things differently. This is the image that you see, Africa. It's one of the images that you see, and it's a real image, so I'm not going to hide it. There's a lot of challenges that we need to overcome, but there are ways of overcoming those challenges, and I'll talk about it later, in a way that is economically viable and can even be invested in. The journey to sustainability is not just about talk. It's not just about policies. It's actually about impacts. It's actually about measuring how do we make those impacts? What are our impacts? And that responsibility is not just to the companies that are on the ground in Nigeria, the Nigerian or the African companies. It's also the companies that are looking to do business in Africa. In other words, you need to be clear as to what your impacts are going to be, not just from a profitability point of view, but also accountability for positive and negative social, economic, and environmental impacts. I will keep repeating that over and over during the conversation. What I thought was really unique that I could add was designing culture-fit solutions, and what I wanted to talk about here was this is the seven pillars approach that was used as a result of the PhD that I did and that was designed specifically for the African continent. Where was it used? It was used with Africa's largest business. So this is when we went to the market with our first sustainability report. The regulator had just put up the sustainability guidelines, and even though this company was far behind, leveraging knowledge that I had, because I was serving as the group chief sustainability officer for the first one, I learned my knowledge in Germany. I picked it up from Europe. I am half German, but I deployed that because I'm also half Nigerian to develop a system that worked. It would not have been possible without the partnership between these two cultures, without a German and a Nigerian essentially producing this person that you see before you now. So I have an intuitive understanding of European and African standards, and as a result of that, Africa's largest business came first again, but this time not on profitability, but rather on sustainability. This is a new project we're working on. It's called the Circular Lagos Platform. When I went off to Helsinki in 2017, one of the things I learned while I was working with Africa's largest businesses, the circular economy is the future. It's really critical. And what is really, really important, and I've heard that during the forum today, is infrastructure. We need to create the right infrastructure to enable technology and to enable different ways of doing business. And we need to start small. And in this case, this was starting small with Africa's largest city, which is called Lagos. This is the picture of Lagos State. It's very different from the images I showed you before. But this is Lagos, and Lagos is very beautiful. And it has a population of 15 million people. Some people say it's 25 million. I've chosen the more conservative figure. And what we are doing in that particular instance is we're, one, building a portal that brings people together, two, creating a challenge that actually inspires innovation, three, creating a loop lab so that we're actually able to curate those and actually invest in innovation that works and match businesses in Europe and in Africa. And lastly, obviously, podcasts tell the story. What are the things that I think are really important? Somebody talked about the fact that it needs to be planet, people, and profit. Absolutely critical. One of the things that's a big gap is the doing and the thinking. So right now, we're talking about building partnerships with Africa. We're talking about it. Are we going to do it? That's the challenge I want to put out to you. It's not enough to talk about it. We've got to look at values. And values are not just European values. They're also translatable into African values. And not African values, actually country-level values. And even in my country, Nigeria, I didn't decide to develop a circular Nigeria. I decided to work with Lagos State, one state, to build circular Lagos. impact awareness, innovation is key, and of course, governance, which also includes ethics. This is an example of an ESG rating, sustainability gap, of one of the companies that we're planning to work with. And they were rated a D. This is perhaps, I think that rating is wrong. If I end up getting the assignment to run that challenge, I wonder how quickly I can move the rating of this company from a D to a B or even to an A. This is the regulatory gap. So this is really the seven pillars of methodology that I developed as a result of my PhD in order to try and align local and global regulations to make sense of it for businesses so that businesses can translate thought into action. These are material gap impacts. So these vary from different places to different companies to different industries. And these really need to be taken into cognizance. So very often, what happens is you want to build a partnership with Africa, but you're not really seeing. First of all, the problem with partnership with Africa is that there is no Africa and yet there is an Africa. But on the other hand, if you talk about Europe and you don't talk about Österreich, are you talking about Österreich? Österreich is very different from Germany. So anybody who mistakes Österreich and Germany or Deutschland is in issues. And definitely, you cannot mistake Österreich for Europa, but it's total analysis. So it's really important to understand the differences in each of these contexts. One of the things that we focused on with the Seven Pillars approach is data. Data tells a story. And it's not just data for the sake of collecting data. It's data for the sake of creating change, for the sake of creating impact. And that's really important. The communications gap is really critical. You could talk for ages on this slide. There are lots of standards globally. One of the things that we would love to do. One day we will get there. I think we will, part of the reason why I accept to speak at Fora is I'm hoping that we will build the right kind of partnerships as ourselves to take this ESG rating that was built in Europe and has rated 7,000 companies and apply that lens, adapt that lens so that culturally we can actually assess investment opportunities, business opportunities on the African continent more realistically so that when a European wants to partner with Africa or invest in Africa, you actually see much better what the risks are and what the opportunities are because very often right now you miss those risks and you miss those opportunities because the rating isn't right. So that's something I personally want to do. Influencing markets. We definitely need to influence markets but you know that better than I do. Thankfully, what we're already seeing as a trend over the last 10 years is that ESG-centric organizations are outperforming other organizations and that's just going to continue and that is definitely also the case for the African continent. Resilience and sustainability means, again, that even in terms of being able to take companies and achieve superior performance or invest development aid or invest financial money with the banks, it's definitely worth taking all of these factors, the environmental and I keep saying the social and the economic impact into cognizance as well. This is circular Lagos. This is another perspective of Lagos. If I look across the water over here, this is the view that I have. So Lagos is not, Africa is not just the first few images that I showed you. There is a lot of this as well. What's important to note is that it begins and ends with people and business. I think somebody said this earlier. So consider this, 2 billion, 2 milliarden metric tons of solid waste are produced globally. Of that, only 32 million metric tons is produced in Nigeria. Nigeria is Africa's largest economy. We have 200 million people. That's 1.6% of solid waste. But if I wanted to show you more gory pictures of Lagos, I will show you what happens when it rains. When it rains, it's not just that the streets are flooded with water. The streets are flooded with plastic and none of that plastic or the bulk of that plastic is not produced in Nigeria. So we're literally wading through plastic that is sometimes waist high. So we need to change things everywhere because yes, Africa is receiving the impact, but guess what? There are also opportunities and if we start with the people, we can get that right. This is an example of a project that we've initiated. We've shared it with one of the large fast-moving consumer goods companies. In fact, they approached us, this is me as the Growing Businesses Foundation which I set up 21 years ago to uplift people at the bottom of the pyramid. I'll talk about that in a moment and what we're planning to do is just do 25,000 metric tons of plastic, not solid waste. What that does is it creates 5,000 green jobs along the value chain and significant other impact. This is an example of a company initiative that we ran for Unilever. We started with Africa's largest telecom company. We empowered 10,000 women and youth. We took the same model in 2014, applied it to Unilever's fast-moving consumer goods company. We were able to sell $10 million worth of sales in places where the Unilever brand had never been seen. 930 communities, 400,000 households, all created by 4,000 women. And those 4,000 rural women, and many of whom were unemployed before, are now generating 5% of Unilever's annual revenues in Nigeria. That is significant. And that is not aid. That is what it means to meet in partnership where there is a win-win and there is a sustainable impact over time. It's not a hand-me-down. It's not necessarily aid. But definitely, of course, there's a lot of capacity building and hand-holding. but the point is the repayment rates of the women are 96%. The 4% that were not repaid are women who unfortunately died both through one illness or another. I would like to end essentially with partnership and say partnership and investment is a success factor for sustainability. Not just partnership with Africa, but I'd like to call it out as investment. And if you notice, compared to my first frog, the first slide, there are now three frogs. And I really think that the opportunity of blockchains and building technology that actually serves people as opposed to technology for the sake of technology is the way to go. Thank you very much. Thank you very much, Mrs. Onaliu and Dussien, for these really exciting ideas and insights you gave us. And next, we will come to a keynote. the ambassador Peter Launzke-Tiefmittel that he's giving us just to introduce him from January 2020. He is Secretary General at the Federal Ministry of European International Affairs from 2017, spokesman of the Austrian Federal Government and former Director General for Development Cooperation, Humanitarian Affairs at the Federal Minister for European International Affairs and former in the United Nations, also Secretary General for Communication and Public Information. Thank you. Many thanks, Mr. Schulteis, distinguished Mr. President, Dr. Noli et Dussien, ladies and gentlemen, both here in the room as well as online. Let me, first of all, on behalf of Foreign Minister Alexander Schallenberg, thank you very much for this invitation and we would like to express our gratitude to the Österreichische Kontrollbank as well as the Austrian Development Bank for their kind hospitality and for hosting this important event. I would also like to add a particular thanks, if she's still around, to Dr. Noli et Dussien. As I was listening to her remarks, I was being reminded of several visits to Nigeria. I had the privilege of working very closely with Amina Mohammed when she was working on developing the SDGs and she took me along several times to Nigeria and we had the, or I had the privilege of learning on the ground and connecting the dots between policy making and capitals and its impact or their actual impact on the ground and the effect it had and has on the people on the ground. And in that context, I wanted to thank Madame Yu that you reminded us of the importance to make that connection and also thank you for reminding us of the importance when we talk about Africa, you can't talk about Africa as such, you have to talk about a particular country, a particular region and not just generically about Africa. So I think I've learned a lot by listening to you and I admire you for the linkage that you made between policy and the actual projects on the ground. It's a pleasure indeed to address this distinguished audience. The Club of Rome is at the forefront and has been on the forefront when it comes to addressing sustainability and resilience of societies. For decades, the Club of Rome has been key in addressing current and future challenges and I remember while I was a student at Salzburg University more than 40 years ago that the Club of Rome at that time already gave an impetus by talking and discussing topics that were down the road in a very visionary way and made us aware of developments that we hadn't even thought about. Today we address the transition of the energy sector beyond Austria's borders a multifaceted topic indeed and I'm not an expert at all so please excuse me if I try to sort of remain in very general terms as to what that means from a government perspective. I would like to particularly highlight as was being mentioned the partnership with Africa as a success factor for European sustainability policy. Austria as you all know is a landlocked European Union member state with an honest interest in the African continent a credible track record in sustainable development and a strong determination in effectively addressing climate change and its dramatic consequences together with our partners around the world. As you all well know Austria is a strong export oriented economy characterized by a large number of innovative small and medium sized enterprises which are internationally considered to be hidden champions. Federal Chancellor Kurz and our Foreign Minister Alexander Schallenberg in close calibration with the Austrian Chamber of Commerce and other partners have recently launched a project called Refocus Austria the largest global business outreach ever to be initiated to promote Austrian interests abroad but to also enhance potential partnerships with other parts of the world particularly in the area of renewable energy and when we talk about a great scope for mutual collaboration we consider Africa a hub for almost unlimited possibilities. It is our firm intention to strengthen our political and developmental engagement in and with Africa and to contribute to the existing solid network with other European partners. Africa is already hosting companies, NGOs as well as cooperation offices of the Austrian Development Agency. This new effort this additional effort amplifies our efforts particularly in such crucial areas such as energy and climate sustainability. Before I try to lay out some aspects of our work in Africa towards an even more fruitful and sustainable relationship between Africa and Europe let me state that Africa was, is and will remain a crucial partner to address all kinds of challenges we are facing today. In recent years the European Union and the African Union have conducted several summit meetings and high-level fora including the Austria Europe and African Forum here in Vienna during the Austrian EU presidency back in 2018. Formal agreement was reached at that time to focus on four particular aspects. Mobilizing investment for a structural and sustainable transition in Africa. Second, investment in education in science and technology as well as capacity building. Third, strengthening resilience to work towards peace, security and good governance. And fourth, managing mobility and migration. Yes, we are convinced that this partnership is and could be mutually beneficial for Africa and Europe. As partners we are able to achieve our own climate and sustainable development goals and hopefully we will be able to contribute effectively to global climate efforts while overcoming the effects of the COVID crisis through a green recovery. And yes, we currently continue to deepen that partnership which we will have a considerable focus focus on green transition and on climate change. Ladies and gentlemen, allow me to now suggest some possibilities for further developing this partnership with Africa in order to reach climate neutrality and also to attain the sustainable development goals. What could Austria contribute in order to ensure development on both our continents that meets both the current needs of the people without compromising the ability of future generations to cater to their own needs? From the Foreign Ministry's point of view, we would like to offer the following three areas where we believe we could bring something to the plate. One is diplomacy both at the bilateral and multilateral level in particular in the form of climate and energy diplomacy by implementing our strategy in support to the energy hub Vienna. Secondly, diplomatic support to commercial partnerships of individual companies as well as the before mentioned Refocus Austria as an initiative are the largest business outreach in Austrian history. and thirdly, development cooperation that strengthens resilience against environmental and climate threats and building capacities for creating and enhancing energy security for all parties involved. To expand a little bit on the area of diplomacy, in the wake of the Paris Agreement of 2015, the European Union and its member states have embarked on adapting policies and legislation to meet the ambitious goals of the climate agenda. The European Green Deal comes along with enhanced climate ambition on the one hand as well as with financing opportunities on the other hand. Our common goal must be that the Green Deal really works as a strategy for growth for the entire European Union and for our global partners. We strongly support the role of the European Union as a driving force for global climate action. Making Europe climate neutral by 2050 in compliance with the Paris Agreement and hopefully Austria even earlier by 2040 is an important signal to all greenhouse gas-emitting states. When implemented with the necessary precaution, it will boost competitiveness and welfare and will furthermore serve as an accelerator for global change. EU climate diplomacy has been promoting the notion of green recovery outside the European Union in the wake of the COVID-19 pandemic. The underlying motivation is to keep up the momentum and invest in sustainable technologies as part of international recovery efforts. The notion to build back better is aimed at creating opportunities that will serve all our people in the long run. The recovery efforts will assist in fixing both the environmental and climate emergency while enabling economies to overcome the dreadful conflict have shown great potential and ambitions to adopt sustainable and climate resilient growth strategies that benefit human health and societal resilience. EU delegations in a large number of countries have been first-hand witnesses to the enormous driving force in Africa in particular when looking at the young generations. With the adoption of new council conclusions on climate and on energy diplomacy earlier this year implementation of the climate targets at global level will serve as an important impetus particularly in preparation of the climate conference COP26 later this year. these conclusions aim to deliver on the external dimension of the European Green Deal. They recognize inter-alien that climate change and environmental degradation are a threat to international stability and security reinforcing the risks of disaster and the pressures on ecosystems therefore risking the displacement of people in severely affected areas. Council conclusions recognize that the energy sector accounts for over two-thirds of global greenhouse gas emissions therefore being integral to the path towards climate neutrality. EU energy diplomacy thus primarily aims at accelerating the global energy transition. This includes promoting energy efficiency renewable energy and its integration in energy systems. It also includes international cooperation particularly with Africa as for example on hydrogen which will undoubtedly change the way of life for all. In addition to participating in EU diplomatic efforts Austria is a committed partner in international organizations working on renewable energy like Vienna-based UNIDO IRENA and in various activities and programs of the United Nations. Furthermore Austria's commitment to the energy portfolio is documented by numerous conferences hosted by and in Austria like the Vienna Energy Forum or the Austrian World Summit. In addition the presence of a number of important additional international organizations working in the field of energy the energy hub Vienna creates a platform for mutual exchange and discussion. On a bilateral level Austrian diplomacy promotes and assists the conclusion of agreements on collaboration in the fields of renewable energy and on climate action. We consider ourselves privileged to call numerous countries in Africa our partners in this endeavor. We are currently working on a future-oriented strategy with and for Africa including all relevant stakeholders. The goal is to bring together existing expertise to our quest for a green and digital transformation. The Austrian business community is an essential part of the green recovery. By building up partnerships in Africa, exploring markets and establishing additional sources of renewable energy, we will be able to set global standards for future endeavors. The launch of Refocus Austria I had mentioned before enhances our focus and activity in Africa. And as you may know, on November 22nd, the Austrian Chamber of Commerce will conduct its annual Africa Day. And I was very happy to learn from Mr. Wanchata here, one of the directors of the Austrian Development Bank, that the Africa facility which was being presented and launched back in the second half of 2018 on the occasion of the Europe Africa Forum in Vienna is to be increased and there is an increasing interest and demand by Austrian private sector companies in a variety of sectors and particularly in the area of renewable energy to work in different African countries. The third tool available to the foreign ministry is reflected in the numerous cooperation implemented by the Austrian Development Agency. The current geographic focus in Africa lies on Burkina Faso, in Western Africa on Ethiopia and Uganda in Eastern Africa as well as on Mozambique in the south, considering renewable energy and energy efficiency as integral components of the scope of their projects. Together with UNIDO and its global network of regional sustainable energy centers, we are able to reach out at regional level and assist with building relevant capacities for a sustainable energy transition. During the Vienna Energy Forum at the beginning of July, I had the privilege to present some of these regional activities. in our discussion with representatives, particularly of small island developing states, the relevance of this Austrian presence and commitment was being recognized and commented by participants. These tools and lessons learned have a global relevance far beyond Africa. Through our active participation in EU instruments such as the Neighborhood Developmental and International Cooperation Instrument, also known as NDIKI, Austria intends to contribute her expertise and capacities together with other partners. NDIKI alone reflects a portfolio worth 80 billion euros, of which Austria contributes roughly 2.7%. Let me finally highlight another important contribution being made by the Vienna-based quasi-international organization, Sustainable Energy for All, founded by a former Director General of UNIDO. The organization is a real champion for the Sustainable Development Goal No. 7 that aims to ensure access of millions of people to sustainable energy by 2030. Its CEO and Special Representative of the UN Secretary General, Ms. Damilola Ogumbi, from Nigeria, is co-organizer of the UN High-Level Dialogue on Energy taking place in New York on the 24th of this month. It is her personal commitment that put life into what we consider the driving force behind the almost unlimited potential of partnership in and with Africa on this issue. Ladies and gentlemen, I'm very grateful that I had the opportunity to present to you a few aspects and thoughts on our partnership with Africa and to flag possibilities for further action. Geography, history, and most importantly, ambition make Europe and Africa close partners and natural allies in achieving a world that lives in peace and which provides sustainability in all aspects of environment and beyond. And let me conclude with a quote by late UN Secretary General Kofi Annan who said about Africa, and I quote, throughout my career, I have always been struck by the energy, the talent, and the appetite for knowledge of the continent's youth. They want to create a better and a more just world, and I am convinced they have the ambition, they have the tools, especially through the new forms of technology to do exactly that. Thank you very much for your attention. Thank you, Mr. Lansky-Tiefenthal, for this keynote. And yes, we've heard that today, also in the first block, about the most important sector for tackling climate change the energy sector and building the bridge to the second block, I think one important message came from Mr. Paul von Sonn when he said about local content which is necessary. So we have to look about the local content which is needed first in a country, also in Africa, in the region, to start with, and afterwards going, for example, to export energy. And I don't want to be too long, too alone, on the table, so I'm happy that I have some neighbors on my side now, and I may, it would be nice if Mr. Pablis, Mrs. Schwager, Mr. Grazia, and Mrs. Kalenga would come on my side, real or virtual. And due to the fact that we're, when it comes to the time, a little bit in a hurry, I would love to combine the panel discussion with a public discussion, so we'll just have an intro, would all give you the same question in front, and then it would be nice that we go into a dialogue and probably in the end, we could help to, as Mrs. said, not just think, but act, or in other words, to close a belief behavior gap which exists sometimes in this area, in this atmosphere. So, I would like to start with Mr. K. Papples. He has substantial European Commission experience. Prior to joining DG Defco, he acted as a head of unit charge of coordination with the European Investment Group Bank, the European Bank for Reconstruction and Development and International Finance Institution at the Commission's DG for Economic and Financial Affairs. He's a member of the Chief Economist Unit at the Commission's DG for Trade and also has experience to the DG competition for merger policy and scrutiny. And before joining the Commission, Mr. Papples worked in the banking industry. He holds a PhD in Industrial Economics from the Cambridge University. And Mr. Papples, I would start. Please help us, Austrian. What can we do to act together to shape the cooperation with Africa the best on an equal footing? Well, I think there were plenty of interesting leads given by the past panel and by the two keynotes today. So I just want to pick a couple of points and link them to what we as European Commission are trying to do to help sustainable transition in Africa and obviously beyond. So I took away a couple of, I thought, really challenging but also exciting points that the previous panel made. I mean, one I took away was that, as a lot of you know, renewable energy, the business case for renewable energy is increasingly good and viable. I mean, in many regions, it looks like it's the cheapest source of energy, which is great. But we also need a lot of it. And we need a lot of it in, not just in Europe, but in markets that investors tend to consider risky, whether that's right or wrong. I think that's where Miss Noli Hedosian made some interesting points about rating agencies and about risk perceptions. I mean, when we look at projects, I mean, I work, as you said, a lot with development banks. So projects where a development bank is present, even in markets that look very difficult, they have very low default rates, actually. We see that the actual risk in, let's say, sub-Saharan least developed countries, so markets that are really considered as risky, the actual risks are a lot lower than the perceived risks, which, of course, has a lot to do with the fact that once you have a development bank in there that has done its due diligence. Of course, you don't want to default on the World Bank or even on the European Investment Bank and so on. So these projects actually have lower default rates than you think. So we talk a lot about perceived risk here that we want to address. Already mentioned, good business cases, but we need a lot. I mean, the amount of investment we need. I mean, one trillion is often floated around, probably because it's a nice round number, but it's a lot anyway. So what can we as European Commission, I mean, I work essentially for the development cooperation department right now, so we're a donor. We are traditionally a donor that provides grants to projects that are considered as helpful for development, which we will continue to do. But this kind of grant support is actually not the best way, or it's not even probably a feasible way of supporting the kind of fundamentally viable, but considered as risky or perceived as risky projects that we need right now. So because that is the case, what we have done over the last few years is we've piloted it and we're now rolling it out at quite some scale, we developed a guarantee program that aims to address precisely these perceived risks. So we're confident the risks are lower than you think, therefore we're ready to take on those risks. I mean, renewable energy, a lot of that is around, by the way, how much time do I have? You should finish now. You see, I like talking about this. So, yeah, renewable energy, a lot of that is around political risk. Will the local utility really buy the energy that you're producing? All the rest of it. How can you bring in more private investors and not just, I mean, it's great to have the Austrian Development Bank and to have the World Bank in these projects, but really to generate these amounts of investments that we need. We need private investors, we need probably some colleagues. that are in the room. So, we need more private money. And that's why, I mean, we put now actually a total of 54 billion euros in guarantee capacity on the table. The ambassador mentioned this NDK program. So, do you need more private money from Austria as well? We want more Austrian private investors because Austria has been, I mean, that's why partly I'm here today, actually. Austria has not been making use enough of these funds that are out there. I mean, partly because you probably have decent amounts of money available at home. But now that there are really funds that are substantial in scale available, I think you should make more use of it and help bring more of your banks and of all these excellent engineering companies that were on the previous... So a bit more of investment mobility in Austria as well. for... That's the point. More investment please and we're there to help. Great. Mr. Petra Schwager wanted to join you now also in the discussion. She has come from the UNIDO 20 years of experience in development and management of industrial resource efficiency and cleaner production programs in developing countries and economists in transition. In 2015, she was appointed managing coordinator of the program for company partnerships in Peru. and she studied economics at the University of Economics and Business Administration in Austria and social sciences and environmental management at the University of London and she's also co-author of the UNIDO International Guide for Industrial Parks. So I would like to start with the same question. Please help Austria. What shall we do? Harsha will start with this partnership as I mentioned before. Yeah, thank you very much and thanks for the invitation. It's a big honor and pleasure to be here. Yeah, from UNIDO's side, we have recently launched a global partnership in my division, which is the Division for Energy Technologies and Industrial Applications, and this is a global partnership for green hydrogen application in the industry in developing and transition countries. Green industry, green, sorry, green hydrogen, as we heard in the first part of the panel, has generated a lot of interest and there are a lot there is a lot of discussion ongoing on export, import, cooperation, but there is little talk, there is not sufficient talk in my mind to add value to in the countries where we are producing the hydrogen or where we are producing the renewable energy. And this is where we want to come in with our global program that has been launched at the Vienna International Energy Forum with the support of Austria, Germany, and China. We have also a hydrogen center in China. And so we are at the moment developing models that we can apply green hydrogen in industries in these countries. So this will be green hydrogen clusters where we are bringing in, where we are also avoiding a lot of transport of green hydrogen and we want to create the value added in the countries. Having said this, and recently I have a lot of discussions with Chile and Morocco, they see there is definitely a need that they export green hydrogen because that brings them the money to bring the costs down for the expensive production costs of green hydrogen. But at the same time, these countries, and it goes hand in hand with what you were mentioning for Africa, they need this energy also to build up their industries. And I think there are a lot of opportunities for Austrian companies and European companies to work together and to bring this know-how to the countries and build up the industry there, create jobs there. And this is part of our work in the global program. So what does in the end success mean from the European society? Is it just the economic success? What would you define as a success factor for Europe? I think, isn't it all about global decarbonization? Isn't it all about an open and transparent dialogue that we should engage? It is important that we are decarbonizing Europe, but it's also important that we are decarbonizing other parts of the continent at the global level. Because climate change does not stop at the border of Austria, of Europe. So I would want to see a dialogue where we say, okay, where do we apply this rare good of green hydrogen in the most efficient manner? Where does it make sense? Where can I also have a social benefit for the countries there? So let us sit together and discuss this. And I hope we can contribute to this. So that's a great moment to join also Marie Kalenga from FEN. She's virtually on our side. May I introduce her? She's a development specialist and socialist for over 20 years experience in the NGO and development sectors FERN. And she has lived in Northern Europe, Central, West and North Africa, working extensively on nature resource governance, including for Transparence International and Extractive Industries Transparency Initiative. So, Mrs. Kalenga, also the question to you, how can you help Austria that it will be successful cooperating with African region? The mute. Yes, and thank you very much for the invitation to FERN. I'm really sorry I couldn't be with you in Vienna, but you know that the COVID restrictions make travel a little bit complicated these days. So I'm joining virtually from Brussels. Hello to everybody in the room, to the other panelists and to those who are joining in line. So I would first of all congratulate you for this event and on the title of the session because as an environmental NGO concerned with social and economic justice, partnerships are really important. And we've talked a lot about the partnership between Austria, the EU, and African governments, but partnerships should also include all stakeholders, such as civil society, NGOs, but also local communities and indigenous groups who actually are very dependent on natural resources and some of the commodities that the EU needs to sustain its economic growth and its development. So I would say that the key ingredients for success for partnership between Austria, but more largely between European countries and Africa really rests on ensuring policy coherence and good governance. And by policy coherence, I mean that the EU cannot, on the one hand, pretend that it's championing climate, environmental sustainability and biodiversity protection, and on the other hand, finance or invest in projects that lead to land grabbing and environmental degradation. And we're seeing, for instance, that in a country like the new country, Republic of Congo, the EU is basically promoting large agribusiness parks, which have a negative impact on smallholders and also on subsistence agriculture. Another important ingredient for success is really supporting and encouraging better governance in African partner countries. And an earlier panelist mentioned the range of programs and instruments and bilateral agreements and the EU has concluded with African countries and beyond. I heard about the European Green Deal and its forest partnerships. I also heard about a couple of other instruments. And I would like to mention, for instance, in the context of forests, because FERN specifically focuses on on EU forests policies. I would like to mention the Fife Action Plan, which is the Forest Law Enforcement and Governance and Trade Action Plan, aiming at reducing the trade in illegal logging and ensuring that countries exporting timber to the EU basically improve forest governance, but also the rights of forest-dependent people in their country. So this is such an instrument where you are really seeing a partnership at work where, yes, you have a supply side measure that is meant to basically respond to the needs of the needs, the timber needs of a European country, but which basically, yes, address the trade and consumption needs while at the same time trying to strengthen governance underground. And yes, so such a tool should be a model possibly for partnerships in other sectors. Another key ingredient for success would be investing more in people, investing more in local communities who actually depend on forest resources, for instance, for their livelihoods. And that means, for instance, looking at schemes such as community forestry and community for those communities can also play a role in the trade and sustainable trade of commodities to the to the to the European to the European Union and to Austria, for instance. And finally, I can say that partnerships actually are very important because they help build trust between between trading partners, between economic partners, between countries, the EU and countries receiving aid from European countries. It helps build transparency. It helps build accountability, particularly in the natural resource sector. So this is really something we're going to continue to push for specifically in the context of the discussion around a new regulation on imported deforestation, which the EU is currently working on. And we're really hoping that anything that comes up with this new regulation is going to reflect also the aspirations and the needs of African government countries and of their population. So I think I'll leave it at that. Thank you very much again. one-dimensional solution. So a holistic approach is definitely necessary. And I catch from Mrs. Onolia Edossien also these culture-fit solutions we have to find also in this context. And this brings me to Geo Graza. Geo Graza works in the Institute of Forest Ecology at the University of Natural Resources and Life Science Vienna, the BOKU, and works for forest ecosystem dynamics. is also looking very strong on the sustainable development goals and has vast experience in countries like Bhutan and Ethiopia. And he's also a member of the scientific boards of Biosphere Reserve Wienerwald, that's the wilderness area in Dürnstein, and also in the commission for interdisciplinary ecological studies of the Austrian Academy of Sciences, just to mention a few of them. And yes, this brings me to this point, you, about deforestation, it was already said. What are your ideas on this? Thanks, thanks really for having me today. Well, I could talk a lot about afforestations and about forests, but this is really not the topic for today, I'm afraid. But what I would like to talk about really is on the questions that were raised before. That was actually, what should we do? And I would like to add the how should we do it. You know, I cannot talk about what should we do as I'm not an energy expert, obviously, but I'd like to talk about how we do it. You know, how do we actually get the impact into the countries? You know, how do we make real partnerships? And I was actually very pleased by the statement or the presentation by Dr. Noli Adesion who said that we don't understand African communities, actually. And this is my experience as well. And the way how we tackle this, just as an example, is that before we actually go into, for instance, community-based afforestations that were mentioned, we do something like one and a half or two years of just sociological work with local, in that case, Ethiopian sociologists, men and women, you know, working with local people. The aim is really not only to sequester carbon, but to increase the livelihoods and improve the livelihoods of local people. So, just as an example, I think if I hear these huge plans, you know, Desert Tech, what an undertaking, you know, and it's urgent and it's needed, I've no doubt about this, but then if I hear that, okay, we'll have technology transfer and it's built in the desert anyway, there will be no impact, then, I mean, this ignores the huge infrastructure, such endeavors need, actually. and we do need that at the fringe of the desert, you know, at the ecotomes, as we call them, there will be a lot of impact inevitably, you know, there will be impact on the local societies and on the local communities. I think we have to, we can't wait also for technology transfer to trickle down. We have to now actually build new partnerships, you know, and how do we do that? We have a very, I mean, we're in a lucky position in a way since 2015 because we do have a political framework that actually gives us a lever to include all these factors, you know, that, and these are the, you know, we mentioned a few times already, the sustainable development goals. So what I would propose is that all these projects actually take the SDGs as the governing framework and try to, so we must not, and I know this for many afforestation projects, for instance, in the global south, that these projects actually have increased local poverty, you know, because they have deprived people of their user rights. So we have to avoid such situations and we have to be aware that we don't necessarily understand the local societies. So we have to work in a truly collaborative way and manner and we have to be very careful in being not captured by the local elites, you know. so we're very often actually increasing the gap between, or the inequality between the poorest and the local elites, you know, because the local elites are those that actually collaborate with us. They are the ones that actually are successful to deal with a new company coming in, deal with a huge organization, you know. and this is also an old story but looking at how the plans are approached, I actually do wonder if not we have to take lessons from these old stories. Also, technology transfer doesn't work as per se, you know, not without active pro-poor approaches, you know. But I'm... And education, and that's my last point, we have to invest into education now, you know, and Ambassador Lansky-Tiefendahl has actually introduced us to a number of things that the ministry of Section 7 or so is doing in the foreign ministry. And I'm afraid to say from our perspective this is actually not enough, you know. The amounts of money are pretty low that landed at universities actually and that allow us to do really long-term partnerships, you know. We have to know our partners for a long time. But would it help in our world so in the Western world when we have this tax-led corporate culture, demographic shifts, this peer-to-peer financing we heard about, measuring the impact, that we have the gold standard. It is the SDG goals we have. It's a great standard. So just a question to you, Mrs. Schwager, when it comes to regulations, to certifications, where are we now and why are we not further? Thank you very much for the question. I can... Maybe I can just give an example on the green hydrogen certification and regulations. It's a global topic that needs global answers. And before, we talked a lot about transport. But today, we do not have a standard on green hydrogen. So if I would ask several different countries, what is a green hydrogen, you couldn't give an answer because there is no global standard for this. And in order for building up also the partnership with Europe and I know that the European Commission is also very much engaged in this and this will also be one part of our work that we set up global standards that can have a level playing field that we can say, okay, yes, this is a green hydrogen that we are importing here to Europe and that is produced under this and these conditions and eventually also taking into consideration social standards. and in regard to policies, I think a smart policy involving different ministries learning. Here, I think we could learn from what is happening in some of the European countries. I think we could take this know-how and adapt it to the certain countries where we are working in now, especially for that. I'm sorry, when I come back to the green hydrogen, it's just something, a topic I'm working on. So I think on the policy level, we could have quite a lot of exchange and mutual learning and just to finish off, I totally endorse capacity building. That's always part of our job for a long, for a sustainable cooperation and application or whatever technology or know how it is. Thanks. I would just come again to Mr. Pablis because in the first round, in the first block, we heard Mr. Rosa, he said about we would like to have more requirements, more frameworks from the financial point to energize this transition. What do you think about this cry from the industrial sector? I mean, we just talked with the Austrian Development Bank and that echoes what other, certainly, development banks tell us and that is that as soon as you have a good green project, there are lots of people chasing this for financing. My impression is that we rather need to dedicate more resources to developing more projects and faster. But just to bring you an example, like an oil company, the business model is still taking the last drop of oil and afterwards we'll do the transition, which is a catastrophe for the climate change. I mean, isn't this more about regulation? I mean, there's obviously you have green finance where you try to make financing slightly more expensive for fossil fuel companies, which can only have so much of an impact if you're Saudi Arabia, obviously. It's a very cheap oil. So I think this is where governments have to come in with regulation and I think you mentioned that as well. Of course, the faster renewable energy becomes more competitive, the faster oil will become uncompetitive. So you would give the Austrian government for my first question the clue to implement this in their regular, in their, I don't know. Yeah, I mean, governments can make oil expensive. the country. There are more and more rules which bind companies to do profits or to work. Maybe over the EU, I don't know, but it's especially in Austria. Sorry. Well, we're sometimes accused of being neoliberal as well, so it goes. But, I mean, governments can make, I mean, governments tax, right? I mean, they have to tax somewhere. They might as well tax petrol so that it becomes less competitive. I mean, we see the limits to that. You have the yellow vests, if you're too aggressive. But, I mean, that's the obvious way to do it. I think, I mean, the, I would say, yeah, he made lots of good points. I mean, you simply have too many polluting outputs that are not properly priced. And, I think that's the obvious way for fossil energy. And, what do you think about the point of Anneli Odessian about this peer-to-peer financing, just your personal idea? I think I have a similar sentiment to her. It feels like there's a lot of potential. It's, some of it is difficult to pin down still, and a lot of what I have seen is actually quite expensive still, because it takes a lot of risk. I mean, what I've seen in terms of fintechs from the US, they tend to take a lot of risk, but they're very expensive. So, I haven't seen, apart of course from all the mobile banking she mentioned, I mean, that's obvious in Africa. But in terms of lending to small businesses, I haven't, personally, I haven't seen anything that's clearly out-competing well-managed banks or microfinance institutions. But I'm like her, maybe I'm missing something. I want to invite you as the audience to join us in the discussion. Please, feel free. Yes, please. Hello, I would like to comment on the colleague from UNIDO. We very much appreciate in Austria that we have the headquarters of UNIDO here and forms part of the Energy Hub. Let's say what is of kind of concern in the discussion about hydrogen is a little bit the role of China and Japan and other countries because we in Austria we very much focus also in the intra-European debate on the necessity to have green hydrogen really coming from renewable electricity and and being compatible with the electricity system whereas we know that in particular in East Asia there's a lot of first of all if you use electricity to make electrolysis hydrogen you would in particular in China have I think even more than 60% electricity is made from coal-fired plants and there's a lot of nuclear and coal mix so it's by far it wouldn't be electrolysis hydrogen wouldn't be anything other would it be anything other than green if it would come from China and there's also a big a big Australian Asian commerce in hydrogen where Japan for example and others buy hydrogen but this would come by ship from again from coal-fired reformation in Australia which is also again not at all green hydrogen so I fear a little bit that the discussion in East Asia China could in a way do rather harm to the hydrogen debate how do you see this with respect to China which I know plays an important role in UNITA nonetheless not at least because the director general I know him Mr. Li Yong is from China and of course we want to participate and get into a dialogue but I see this very critical the role of Asia and China in the hydrogen debate yeah thank you thank you for the question 70 at the moment 72 million tons of hydrogen are produced at global level out of this only less than 2% are green hydrogen so there is a lot to be done there to speed up this production for this we need renewable energy and for this we need electrolysis so this is being being built up in the country like like China what I see at the moment and our program has three pillars we are supported by Austria Germany very soon also Italy and China so there is the China center and our work with China will only focus on green hydrogen so there is now there is now an attempt from China to go for green hydrogen we know at the same time they are very much engaged in coal and as I just mentioned before most of the hydrogen unfortunately today is not green but we hope that we can contribute here and with the work that we are doing and again this certificate is important we really need to be clear what we when what it means when we're talking about green hydrogen because there's so many colors out there turkish gray blue what what is it really that we are talking about so I I think that part of our work will really go into this direction in regard to Australia we just said yesterday a webinar with world bank because we're trying to link up with world bank and also Irina on the global partnership and Australia is increasing its renewable in production renewable energy production quite significantly and the aim is to produce the ammoniac that they are exporting to Japan would come from solar and wind energy because Australia has quite an excellent potential to produce solar and wind we're not there yet but I hope that with our global work we can bring these initiatives together in Japan is a country that is not a lot of energy will depend on most of the countries in Asia for the time being will depend on import of green hydrogen mostly from from Australia because they just simply do not have the capacities for renewable energy while we see in Africa at the moment the cheapest energy is solar energy and this has been coming up during the last year so I think Africa has a very good chance there but I but I really recognize and appreciate the leading role that Europe is playing in green hydrogen and I think it definitely leads this agenda so we hope that we can bring in different partners together and come up with a solution that that really brings us to a global decarbonization not just lip service and therefore I feel a global dialogue is required and an open dialogue and I'm thankful for also for the support that we that we get for the program thank you Mr. Swoboda Thank you I have two questions and as a former member of European parliament I ask the commission one is the issue which was brought up also and I think it was by Mr. Rose also is the question that in Africa we have certain countries who rely very much on oil he mentioned Angola Gabon and so on so when we want the transformation away from oil and gas what can these countries do and what do we have to does the EU have a program special program to think about the transformation of African to help African countries who are very much relying on oil in in their transformation because that can be a huge issue economically politically socially this is the one first question the second question which has been raised by several members of the panel is the difficult we all have a state but also the European Union we have our negotiation partners are leaders sometimes not the best of the world dictators long-term leaders who are neglecting the demands of the use and so on how can we bring in or how do you see the possibility to bring in basic social rights issue into the into the relationship between European Union and Africa it's not only of course in in the question of sustainability but if you look for example Congo has been mentioned you know how many European companies some are not members of the EU if you think about Glencore from from Switzerland but some of these companies are exploiting in for supporting e-mobility in Europe we are exploiting in a very bad way some of the the earth and resources in Africa so how can can we do you have a possibility to influence more the internal domestic development when you cooperate with African countries or would you say well that's our partner is the government and the president whatever can we do thanks interesting difficult questions first on the oil oil transition human rights it's a little bit linked I mean we're supporting certain sectors we're not supporting all sectors partly because they don't need support I mean a whole project is either viable or not no need for us to support it similar for for anything Glencore would mine I mean that's not something we're we're supporting generally oil transition the short time says no I mean there's no oil transition program but it isn't important point I personally think because in a way Angola will not be a constituency for for green financing and for shifting away from oil is it powerful enough to prevent it probably not because the African countries when you look at them on the cost curve Saudi Arabia will be the last country standing if all demand declines and prices go down I mean the Angola's and all the countries that have deep-sea oil will be the first to become viable so so which is true they will have a problem I mean I don't think that the power to prevent the transition but they will have a problem question is it a problem because these countries also unfortunately right now great problem of inequality of oil revenue not necessarily trickling down so first question is who will have a problem surely there is some trickle down and there will be a problem but question is then should you prioritize countries that have oil why should we support them more than others that don't have all to begin with so yeah it's it that's not an answer it's a difficult question but it's purely from a green transition I don't think because they're relatively high on the cost curve relative to the Middle East I don't think in that sense it will be a problem it's a social problem that's probably not different or not more cute in Angola than it is in the Sahel countries which right now our focus a little bit yeah that's the best in terms of a non-answer I can I can come up with on this one human rights I mean we're very tough in terms of the the conditionalities on human rights we we attach to our support I mean some find it attaching too much red tape maybe sometimes that's true but I think that really excludes Glencore and so on from from any funding from from the EU which is again an attempt to make not so good projects from a social perspective at least more expensive I mean we can't prevent them but at least we make sure that the funding for these projects is less advantageous than it is for let's say green projects I'd like to shift the subject a little bit from technology innovation financing to the issues that were brought up by Miss Kalinga and by Georg Kratzer on the important role of let's say the sustainable development agenda framing leave no one behind or a world we want for all addressing those issues that are related to capacity building to education there have been several efforts in the past you know to strengthen these issues perhaps with limited success but without doubt in my mind there's there could be a lot more being done and what I noticed there's a lack of concept actually I mean we discuss all these issues from desert tech and all but it was brought up at the beginning of course there's heavily going to be involved all these social issues getting on an eye level the population along in those countries and that requires education I think there's no way but we don't seem to have the instrumentation in order to put a strong focus on that I've been searching for that for some time maybe somebody has better sources better ideas so I wonder whether you do could comment on that how do we get that how do we get that into a stronger movement Mr. Grazer would you like to respond I fully agree actually on the situation that I fully agree on how you described the situation and I think that we still see education as an add-on very often you know we do something and then we do a little bit of education as well and that is probably not the right way to go Lutz from the Austrian Academy of Science the population scientist has actually identified education as the single most important lever for reducing population growth and by increasing the and improving the livelihoods of people so as long as we don't put it really on top of our agenda I think it it just will stay as an add-on very often you know something that we also do so we have desert tech and then we do maybe a bit of education you know we give a bit of money here and there and that's probably really not the way to go about this and we do need we have to be aware that probably we need also a new narrative probably adapting our instrument may even not be enough you know probably we we have to build upon the academia in 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 many african countries that is actually developing very strong and and we have to see what comes from there and we have to get into a real dialogue you know as I see it now it looks like okay we're developing an idea we are developing desert tech and then we you know and then we start building a partnership around that you know but and in itself this may be a problem Ms. Kalenga would you also reflect this point I think that's very important also from your side Yes it's a very important point and it links back to the issue of policy coherence the EU and some EU member states are really investing a lot of money in subsidizing the private sector I don't know if they're subsidizing directly oil companies but they are subsidizing bioenergy in South African countries so instead I mean some of these investments could be divested to what I refer to as a community forestry for instance or or other schemes that really give the tools and the means to communities to really have income generated activities so it's about education of course but it's also about revenues and when you're talking about revenues you're also talking about jobs and the problem is that the EU continues to invest in big projects that of course benefit EU companies and investors but that do not necessarily benefit local entrepreneurs and local communities so I do think we have the tools I do think we have the framework it's just a question of where do we put our priorities okay thank you very much we do have to look on the watch we come a bit to the last round and from behind there is a question probably hello my name is Vincent Ray I'm an economist and I have a question regarding the colleague from the European Commission so now we have always discussed that development aid is something positive clearly there are also negative side effects for example as we said before the corruption with elites for example real exchange appreciation and as we say that we invest trillions and interfere in that economic system and basically float it with investments the interest rates will appreciate and therefore the countries will make relatively like a lot more difficult to export their products how does the European Commission I mean see that particular problem how does it model it because it's something substantial right which interferes into that economic system so you're talking about the the investment we're encouraging into renewable energy right yeah 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 I'm afraid I mean we haven't modeled it on a macro level and I'm afraid it would be great if it the inflows were so massive that they have these sort of Dutch disease effects I'm afraid we're not quite there yet I mean generally as you know interest rates are low which is actually a major pitch that we're making to private investors to say rather than losing money on Austrian government bonds you might rather invest in renewable energy in Africa which we will then make a little less risky so your risk return becomes better but the short answer is no I don't think we're unfortunately we're not big enough force in the market to have these kinds of macro impacts and we haven't even tried modeling it frankly okay so I would say I would close this panel now and bring it to a wrap up by Fritz right okay thank you very much for the fruitful discussions yeah thank you very much to all the speakers and all the participants together with my colleague I want to make it at least my part very very short I think what I take from this is and I really learned here is there are so many opportunities so many projects that we heard about and I'm really impressed from the various from the various aspects we heard but there were also there were also warnings that this is not enough this is for a special minute not fast enough so I'm as a member of the Club of Rome Austrian chapter I ask myself where are the limits we are celebrating next year the 50 years anniversary of the famous book the limits to growth they talked about resources but I'm afraid there are not only not only resources are limited that prevent us from 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 going faster towards the direction we we want and one thing the only thing I want to point out and which I I heard several times today was I think indeed he said everything begins and ends with with the people and where I see one one limit is is that we are not cooperating enough all these projects are not linked to each other enough they are they are very limited in the scope because we don't we don't work together partnership was mentioned several times and I mean we even had it in our heading of the conference I think we need to link policy industry technology finance society was mentioned in in the first after the first panel efficiency and sufficiency that needs to go together and I think we had no dispute today which is what is more important but still we did not talk enough about how that brings together how we we can bring that together and this is I would say what what we should we as the club of Rome should should take on on board for us and and think about how we can create here a platform starting with this conference that we that we bring this this various aspects together and bring us the people the people are important here in Austria in the other countries where we talked about in Africa in African countries there is no such a thing as Africa alone today so how can we work together better we do have some plans I think we will talk about this and maybe a second point I want to add is and referring to here and others who mentioned the SDGs I think very much almost everything started starts with the goals you're not doing things because they are profitable or whatever because they are nice or because we do have the technology or whatever we need to think about the goals and we need to share the goals in the society and there is another limit I I do see we have not talked about is is the limits to democracy which we are experiences or what that we do experience some backplashes also so we need to share these goals yes the cheese are a wonderful framework but we need to we the people here in Austria and other countries need to share these goals and then we need to monitor we need really need to know where we are going to in in the climate issue it's easy we have these goals climate neutrality in 20 years in 30 years and we know that in the next 10 years we need to in 2030 we need at least to have abolished the first half and then the next 10 years the second half that's mathematically quite easy in other aspects say poverty, hunger, biodiversity etc. it's a bit more difficult but we need to start to think as we now think about beds in hospitals or incidences of the COVID-19 we need to take the science on board and but bring this to the to the people that there is really understanding and this is what we at the club of Rome want to make at least a little contribution to with all of you it's not just us and and again I want to renew your invitation of the of the first I want you all to work with us we are a small group with a big reputation since 60 almost 60 years now but we want to produce this into the future to to work together in in this in Austria on on these issues and with that I hand over to you Gertrude. Gut, ich darf unseren heutigen Nachmittag dann auch zu unserem gemeinsamen Abschluss bringen und nochmal auch abrunden zu dem was wir jetzt als Club of Rome Austrian Chapter uns auch vorgenommen haben und auf welche Reise wir gerne gemeinsam mit Ihnen gehen würden. Unser Motto so wie wir es uns jetzt gegeben haben ist eben wir bauen Brücken in die Zukunft. Wir haben heute viele Schritte gesehen wie diese Brücken aussehen können. Wir haben aber auch bemerkt dass die meisten dieser Brücken bestenfalls jetzt als Fundament dastehen aber noch nicht die Inseln miteinander verbinden und noch gar nicht die Welt miteinander verbinden. Und das ist die Aufgabe die wir jetzt vor uns haben. Wir sehen ganz eindeutig dass wir das nur gemeinsam schaffen können. Und gemeinsam heißt einerseits gemeinsam zwischen den Organisationen das heißt also unsere Denke ist dass wir sagen wir wollen Politik, Unternehmen und Gesellschaft zusammenbringen. Das läuft momentan parallel das läuft noch in Silos. Unsere Vision ist dass wir Brücken bauen dass wir diese Player in ein System zusammenbringen. Auch in der Pause haben wir schon ein paar Dinge so ein bisschen vorbesprochen welche Organisationen wir dazu benötigen. Das zweite ist natürlich gemeinsam auch wir sind nicht auf einer Insel. Österreich ist zwar die Insel der Seligen aber dann doch irgendwo angeschlossen an die Welt. Das heißt wir wissen auch dass wir es nur gemeinsam schaffen. Im Land, in Europa aber am Schluss auch global. Es war heute schon die Rede davon dass wir gesagt haben wir haben eigentlich jetzt hätten so ein neues Motto. Planet, Planet People Profit. Habe ich eigentlich sehr schön gefunden. weil es uns einfach daran erinnert dass wir sagen wir haben ja nur eine Chance. Entweder wir lernen innerhalb unserer planetaren Grenzen zu leben oder es wird kein Leben hier mehr geben. Also es ist eigentlich relativ einfach. Was wir auch was durchgeklungen ist aber vielleicht noch nicht so klar ausgesprochen worden ist. Dieses System besteht immer integrativ aus der Ökologie wo wir jetzt nicht so richtig wissen wie wir tun. Aus der Ökonomie. Wir werden nichts bewegen wenn wir das nicht wirtschaftlich irgendwie hinbringen. Und aus dem Sozialsystem. Daraus dass die Menschen dabei sind. Daraus dass wir Arbeitsplätze haben. Daraus dass die Menschen ein Einkommen und ein Leben haben. Das für sie ein lebenswertes Leben ist. Und die müssen wir zusammenbringen sind wir wieder bei diesem. Es geht eben hier nur gemeinsam. Und Profit. Ja wir verstehen gut wie Profit funktioniert. So funktioniert unsere Wirtschaft. Wurde ja heute auch angesprochen. Können wir überhaupt irgendetwas gegen den Shareholder Value machen. Haben wir das Recht zu investieren in etwas das weniger wertvoll für den Shareholder aber wertvoller für die Umwelt ist. Diese Frage ist unbeantwortet geblieben. Ist für mich aber eine zentrale Frage die wir uns stellen müssen. Und das führt uns eben darauf hin dass wir eben schon sehr viel gehört haben über das Warum. Warum müssen wir uns transformieren. Das ist hinlänglich beleuchtet. Wir haben auch viel gesprochen über das Was. Jeder weiß ja wir brauchen die neuen Energieformen etc. etc. Wir scheitern eigentlich an dem Wie. Wir haben ganz wenige Antworten zum Wie. Und unsere Aufgabe muss sein dass wir das Wie jetzt mit Leben füllen. Und dass wir das Wie auch nicht nur theoretisch beantworten sondern praktisch. Wir müssen ins Tun kommen. Und hier schließt sich auch wieder der Kreis zum Club of Rome. Denn der Club of Rome hat das Jahrzehnt bis 2030 zum Jahrzehnt der Umsetzung erklärt. Und dafür sind wir auch committed. Und dafür wollen wir unseren Beitrag leisten für diese Umsetzung etwas beitragen zu können. Darum würde ich Sie einladen. Bitte gehen Sie mit uns diesen Weg gemeinsam. Wir sind eben jetzt eine noch kleine sehr engagierte Gruppe. Wir möchten wachsen. Wir möchten Menschen für uns gewinnen. Die mit dem Eifer den wir haben mit uns diese Zukunft gestalten werden. Bitte notieren Sie sich den 23. November. Da wollen wir unsere Jahrestagung machen. Und Ihnen auch schon mal im größeren Kontext sozusagen zeigen, wo das gemeinsam hingehen soll. Und das soll dann eigentlich auch ein bisschen zeigen, dass wie diese verschiedenen Elemente, die heute teilweise nur so ein bisschen angesprochen worden sind, dann auch miteinander in Einklang kommen. Dann bleibt mir eigentlich zum Abschied nur mehr mich nochmal ganz herzlich zu bedanken. Ich bedanke mich nochmal bei unserem Gastgeber der Österreichischen Kontrollentwicklungsbank. Ich bedanke mich bei allen Referenten, die sich heute hier Zeit genommen haben, sich vorzubereiten, mit uns diesen Tag hier heute zu verbringen und auch für weitere Inputs und Diskussionen zur Verwirrung zu stehen. Ich bedanke mich bei Ihnen, wertes Publikum dafür, dass Sie so aktiv teilgenommen haben und ich würde mir wünschen, dass Sie auch weiter aktiv mit uns arbeiten, dass Sie uns schreiben. Einfach unter Office at Club of Rome, erreichen Sie uns und bitte helfen Sie uns auf diesem Weg. Und ganz besonders bedanke ich mich bei einem jungen Mann hier in der ersten Reihe, bei Martin Hoffmann, ohne dessen unglaublichen Einsatz diese Veranstaltung heute hier nicht stattgefunden hat. So, und wir haben ja gesagt, wir wollen vom Reden ins Tun kommen, das heißt also, der Worte sind genug gesprochen, es gibt noch etwas zu trinken, lassen Sie uns noch ein bisschen plaudern und den Abend ausklingen. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich.